Meine lieben Freunde, guten Abend und willkommen zu einer weiteren Folge der Red Night Show. Bei mir ist wie immer Wuppi. Grüß Gott. Ja, wir sind heute eine entspannte Zweierrunde, weil Panda was anderes vorhat. Wir nehmen das hier nämlich auf an einem Ostersonntag. Ich hoffe, du hattest einen schönen Ostersonntag bis hierhin. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin heute sehr zerknittert aus dem Bett gekommen, weil ich gestern noch hart gefeiert habe. Mir tut alles weh. So langsam merke ich, gut, es geht auf die 90 zu. Und ich werde nicht jünger. Also ich sollte so langsam aufpassen. Aber ansonsten ist alles großartig. Und bei dir? Ich verstehe dein Problem, denn ich merke das auch, besonders merke ich das beim Essen. Besonders wenn ich mir vornehme, ganz viel zu essen. Dann bin ich immer noch so in meinem Mindset von, weiß ich nicht, so, hi, Busti, du bist jetzt 22. Let's go, Mann. Let's go. Was ist los? Und dann haust du dir einfach einen riesen XXL-Burger weg oder irgendwas anderes. Ja, das ist nicht mehr. Also ich bin ehrlich, Anfang Corona hatte ich, was viel Essen angeht, wirklich meine Prime. Also Busti, also die Zuschauer, Zuhörer können ja auch eingeweiht werden. Wir waren zusammen essen und hatten so noch ein paar Leutchen zusammen. Und ursprünglich war die Portion, die wir uns da zusammen, also wir haben uns gesagt, komm, wir übertreiben es jetzt komplett und holen uns so eine fette Schlachtplatte. Die Schlachtplatte war entworfen für fünf oder sechs, wie viel war das offiziell? Für sechs Personen. Und wir haben gedacht, Maschallah, das kriegen wir bestimmt hin. Und dann kommt dann die Serviererin dann da mit und puh, also die musste auf jeden Fall ordentlich Bizeps-Training machen, um das Ganze schleppen zu können. Und dann saßen wir dann davor und dachten so, hm, das ist also preis-leistungstechnisch absoluter Oberhammer. So, aber ich war schockiert, dass wir am Ende des Abends vielleicht die Hälfte weggekriegt haben. Obwohl Boosty erst mal ganz große Klappe aufgemacht hat und gesagt hat, ja, Kilo Fleisch, locker easy, ne? Aber das, also die Performance hat mich so ein bisschen, wie sagt man auf Deutsch, Kreide fressen lassen, ne? Ich mach die Ansage, ich kill die Pommes, ich kill die Pommes, Alter. Und ich hab die Pommes nicht gekillt. Die haben mich am Ende, also ich meine, man muss halt dazu sagen, du kriegst da eine Riesenplatte mit, weiß ich nicht, einem Kilo Pommes gefühlt drauf und sagst, ja, ich bestell mir nochmal Pommes dazu. Ja, das, ganz am Anfang hast du noch so gedacht, ja, ja, komm, da wird zu wenig Pommes drauf sein. Und dann, ich wurde wirklich zum Pommes-Panzer, aber nicht von den Grünen. Und dann haben wir, dann haben wir bei mir, haben wir bei mir einfach nur noch da gelegen, vegetiert und haben versucht zu atmen, trotz versperrter Atemwege vor ganzem Mageninhalt. Also es war, es war hart, es war wirklich hart. Ja, ja, ich lag dann da und ich dachte mir wirklich, wow, also mein Magen ist so gefüllt, dass ich halt verringertes Lungenvolumen habe. Ja. So muss es dann auch einer Schwangeren gehen, wenn die halt einen richtig dicken Bauch hat. Das muss ja irgendwo hin. Also es geht natürlich auch nach außen weg, aber ich meine, es drückt natürlich auch ein bisschen auf die Organe nach innen. Das nächste Mal, das nächste Mal werde ich auf jeden Fall eine etwas weitere Hose anziehen. Ich wollte sexy sein für Boosty, aber nee, nächstes Mal Jogginghose, Tripaloski, Adidas. Es wird nett. Ja, ansonsten, Wofi, ich war am Osterwochenende jetzt im Kino. Ja, was gab's? Ich war im neuen Film mit Samuel L. Jackson und Uma Thurman. Ja. The Kill Room. Und es ist eine klare Empfehlung meinerseits, wenn ihr nichts vorhabt und auch wenn ihr was vorhabt, geht in diesen Film rein, guckt euch diesen Film an. Der ist wirklich geil. Also es hat wirklich Spaß gemacht, den Film zu gucken. Worum geht's da? Es geht darum, du hast Patrice, gespielt von Uma Thurman, die betreibt, nicht gerade erfolgreich, eine Kunstgalerie. Hatte durchaus vielversprechende Künstler am Start, hat sie dann aber kurz vor der heißen Phase, kurz vor dem Durchbruch fallen lassen und sowas. Also unglückliches Händchen auch dabei gehabt. Und die sind dann natürlich zu ihrer Konkurrenz gegangen. Weil sie damit nicht klarkommt, fing sie an, ein bisschen Drogen zu konsumieren. Hat dann natürlich auch Probleme, die Drogen zu bezahlen bei ihrem Dealer. So, und dann hat der Dealer das bei seinem Chef gesagt. Das war Samuel L. Jackson. Ich hab seinen Namen vergessen, aber naja, auf jeden Fall Samuel war dann der, ich sag mal, Drogendealer in diesem Film, der auch mit unterschiedlichen Mafias zusammengearbeitet hat, unter anderem mit der irischen Mafia in New York. Und naja, er hat dann gesagt, du pass auf, wenn sie das nicht zahlen kann, vielleicht können wir mit ihr ins Geschäft kommen. Denn er hat nach einer Gelegenheit gesucht, um Geld zu waschen. Und da hat er das mal seinen Jungs erklärt und hat gesagt, pass auf, wir können Autos benutzen zum Geld waschen, aber man sieht, dass dieser Honda keine Millionen Dollar wert ist. Dann weiß jeder, wir waschen hier damit Geld, ne? Aber bei Kunst kannst du es nicht sagen. Ja, tatsächlich soll es in der Kunst, also man spricht nicht von Industrie, ne? Soll das sehr weit verbreitet sein, ne? Dass man völlige Fantasiepreise einfach nur so von sich gibt und dabei sind da Deals im Hintergrund. Ja, das Ding ist, der Käufer bestimmt den Preis bei der Kunst, weil er bereit ist, so viel dafür zu zahlen, weil er in diesem Bild irgendwas sieht, was andere halt nicht sehen oder sowas, ne? Und ja, das nutzt er dann aus und dann kommen die zusammen ins Geschäft. Sie hat sich erst noch so ein bisschen, ja, war hier unwohl damit, sie wollte ja jetzt keine illegalen Deals machen. Ja, aber dann am Ende hat sie dann doch gesagt, ja, okay, komm, ich brauch die Kohle. Und dann hat er den Typ, der für ihn, ich sag mal, die Drecksarbeit erledigt. Im Sinne von, er schnappt sich Plastiktüten und würgt damit seine Opfer und er würgt sie und die ersticken dann in der Plastiktüte und dann sind sie halt tot. Dem hat er gesagt, pass auf, Junge, mal irgendeinen Scheiß, Mann. Ja, also klatsch irgendwas auf diese Leinwand und dann verkaufen wir das Bild. Also im Sinne von, er kauft es selbst, nur für die Geldwäsche, ne? Ja, und dann haben sie überlegt, wie könnte man den Künstler denn nennen? Und dann nannte man ihn den Backman, den Tütenmann. Weil er halt alle Leute mit den Tüten umbringt. Kennst du das Spiel Manhunt? Nö. Daran hab ich jetzt grad so gedacht, das ist, äh, egal, egal. Bei Spiele-Referenzen, ich bin da sowas von raus, Mann. Ey, aber dann hatte sie halt einen Scheck von 150.000 Dollar für die Geldwäsche und ihre Praktikantin hat das Ding online gepostet und hat gesagt, boah, hier, dieser Künstler hat grad mit seinem ersten Werk verkauft für 150.000 Dollar. Das haben andere Sammler gesehen und wollten dann auch so ein Werk haben und haben sich dann quasi drum gestritten, so einen Backman zu bekommen und waren bereit, absurde Summen zu zahlen, ne? Das heißt, die haben nicht nur Geld gewaschen, sondern die haben auch noch mit dem Scheiß, den er gemalt hat, richtig dick Asche gemacht. Also, es war wirklich ein richtig guter Film, also, es war, die standen dann da halt vor, er hat irgendwas zusammengebastelt aus irgendwelchen Tüten und, und, ähm, Joghurtbechern, die er gegessen hatte und sowas, auf einer Palette zusammengetackert. Und die so, wow, irgendwie macht das mir Angst, aber irgendwie gibt es mir auch etwas, ist es, ist es käuflicher werblich, ich würde dafür 400.000 Dollar zahlen. Ja, und, und, äh, so absurd war das dann. Also, es war ein absolut geiler Film, klare Empfehlung. Oh. Perfekt. Wuppi, du siehst die Dame hier schon mit ihrem rosafarbenen Blazer? Oh ja. Ich hab, ich hab übrigens, pass auf, stimmt es, dass ein, äh, ein Hemd eine, äh, eine Klamotte ist, die nur von einer Frau getragen, äh, von einem Mann getragen werden kann? Weil wenn eine Frau das trägt, dann wird das direkt zu einer Bluse. Stimmt das? Ich würde jetzt sagen, nein. Weil Hemden und Blusen anders geschnitten sind. Ja, gut, okay, das, das eine ist, das Hemd ist ja die Männer geschnittene Variante und die, 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 die Bluse ist dann halt für die Frauen geschnittene Variante, aber es ist dann halt trotzdem ein Hemd, nur halt für Frauen. Haben Blusen die Knöpfe auf der anderen Seite? Ach so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das hat mir, das hat man mir gestern erzählt und ich war total fasziniert und so, mir ist, mir ist tatsächlich auch gefallen so, okay, ja, ich habe noch nie gehört, dass eine Frau ein Hemd selber trägt, aber genauso hier, sie trägt ja jetzt hier gerade einen Blazer. Ja, ganz genau. Und bei Männern ist es ein? Äh, ein Sakko. Richtig, richtig, ich hatte gerade genau den gleichen Gedanken. Ja? Ja. Ja, ich, 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 ich habe das jetzt, ich bin vor wenigen Minuten erst heimgekommen. Ähm, ich finde das, ich finde das faszinierend, dass, dass man da einfach so eine Unterteilung macht, für Frauen tragen dieses und jenes, aber ist es halt wirklich nur minimal, der Unterschied. Ja, und beim, beim Sakko und beim Blazer könnte ich dir nicht mal sagen, ob es da überhaupt einen Unterschied gibt, außer natürlich vom Schnitt, dass es bei Frauen metallierter ist und sowas, ne? Und, und die Schultern nicht so breit sind oder sowas. Ja, keine Ahnung, ich bin, was das angeht, ich, du weißt ja, ich bin ja irgendwie unser Mode-Experte hier, ne? Mhm, mhm. Zum Sommerinterview Chrupalla beim ZDF. Ja, das haben wir uns vorgenommen für heute. Okay, können los, wenn du möchtest. Alles klar. 3, 2, 1, 0, go. 65 Prozent der Deutschen betrachten laut einer Umfrage des ZDF-Politbarometers die AfD als eine Bedrohung für die Demokratie. Trotzdem feiert die Partei in Umfragen deutschlandweit Erfolge. Stopp, okay. Ja, ich, ich habe gerade dreimal geklickt, hast du gerade auch geklickt oder was? Nee, ich kann nicht klicken, ich habe Vollbild. Ja, okay, dann. Laut dem ZDF-Politikbarometer sagen, boah, was war das jetzt, 75 Prozent? Habe ich so verstanden. Auf jeden Fall eine absurd hohe Zahl, dass sie in der AfD eine Gefährdung für die Demokratie sehen. Jetzt musst du dir aber vorstellen, ich bin mir ziemlich sicher, nicht so viele gehen auf die Internetseite oder wo man dieses ZDF-Politikbarometer auch immer finden mag, um an dieser Umfrage teilzunehmen. Wahrscheinlich gab es eine interne E-Mail an alle ZDF, ARD und generell alle ÖRR-Mitarbeiter, da doch einmal bitte kurz anzukreuzen. Ja, das Übliche halt. Die Formulierung alleine geht mir halt jetzt schon offen zu hören. Es sind 13 Sekunden jetzt vergangen und eine Gefahr für die Demokratie. Immer wenn es vom Seiten des ZDF oder so etwas kommt, beziehungsweise es fällt mir jetzt jedenfalls nicht ein, dass jemals die Formulierung gefallen ist, unsere Demokratie vom ZDF. Wenn Politiker von unserer Demokratie reden, dann reden sie halt von ihrem eigenen System. Und hier die Demokratie, das macht auf mich dann wieder den Eindruck von wegen dazu, ja, das ganze Volk. Also das Volk ist eigentlich abgetrennt von dem Staatsapparat. Also generell mal ein bisschen unterscheiden, da ist der Staat, da ist das Volk, das ist zusammen Deutschland, das ist die Demokratie, das ist das System, nach dem es läuft. Und wenn diese Dame, die ich hier bezahlen muss, beziehungsweise ich mich jetzt schon seit vielen Monaten verweigere und das relativ erfolgreich, trotz Pfändungen und solchen Geschichten, die mir jetzt hier angedroht werden, wenn die redet von Demokratie, das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, verständlich. Und ich finde es herrlich, wie wir hier reinsteigen. Und zwar, wir wollen uns jetzt, oder generell, der normale Zuschauer möchte sich hier jetzt ein Interview angucken von Chrupalla und wir steigen ein mit, ja, hört nochmal zu, 75 Prozent der Leute sehen in der AfD eine Gefährdung für die Demokratie. Alter, sag doch einfach, so aktuell, ich meine, du könntest es auch einfach umdrehen und sagen, ja, pass mal auf, aktuell, also wir sind hier im Sommer 23, da war die AfD bei fast 23, 24 Prozent oder sowas, ne? 24 war es im Peak. Genau, das war noch vor dem Korrektivding, was jetzt im Januar rauskam, weit davor. Das private Treffen fand zu dem Zeitpunkt noch nicht mal statt. Und du könntest es auch so frame und sagen, bei uns zu Gast ist Chrupalla, der, einer der Vorsitzenden von der AfD, mit einem Umfragenrekordwert von 24 Prozent in der Bevölkerung. So könntest du das auch einleiten. Ja, klar, im Positive Frame sitzen, ne? Also ich meine, es ist ja auch schon witzig, dass im Prinzip zu dem Zeitpunkt jetzt, es ist einfach negiert und sie nimmt die anderen 75 Prozent, die halt nicht für die AfD sind. Und sagen, ja, die sehen da drin aber eine Gefährdung für die Demokratie. Einen Scheiß sehen die da drin, Alter. Vor allem, ähm, es wird halt immer so, so getan, so als ob die Demokratie das Größte und Fehlbarste, ohne, das, einfach, die Eier legende Wollmilch ja überhaupt wäre. Also, wenn wir jetzt schon seit vielen Jahren ein demokratisches System haben und das hier das Ergebnis davon ist, ähm, dann ist unsere Demokratie schon ein kleines bisschen länger in Gefahr und unter Beschuss. Und hier läuft ja alles, also nach Volkswillen läuft es hier nicht unbedingt. Ich mag den Begriff Volkswillen viel lieber als Demokratie. Also, das ist keine Demokratie nach dem Idealmaß, was sie sich da selber, äh, andichten wollen. Ich glaube, ne, bitte mach noch zu Ende. Ja, immer, wenn Leute sagen, das ist keine Demokratie, doch, das ist Demokratie, das ist deren Demokratie, das ist das, was die als Demokratie nehmen, das ist deren, deren System. Und da kann man durchaus sagen, es gefällt mir nicht. Ja, sicher. Ich glaube, das müsste dieses Interview sein, wo Chrupalla gleich nochmal anspricht, dass er, ähm, Volksabstimmungen haben möchte. Also, mehr gelebte Demokratie kann es eigentlich gar nicht geben. Wir schauen mal weiter. Ich an Chrupallas Stelle würde gar nicht hingehen zu solchen Interviews. Überhaupt nicht. Gehe ich nur zu meinen eigenen Leuten, die mich auch gerne sehen möchten, zu den ganzen Influencern und sowas, ne? Also, das wäre in Ordnung, aber doch nicht zu der, die direkt so schon anfängt. Egal, let's go. Chrupalla führt das auf gute Inhalte zurück. Die Frage ist nur, auf welche und was würden die Vorschläge der AfD für die Deutschen konkret bedeuten? Darüber spreche ich. Ich würde mich arbeitslos machen. Ich würde mich arbeitslos machen. Ich würde mich arbeitslos machen. Hier in seinem Wahlkreis in Sachsen. Herzlich willkommen zum ZDF-Sommel. Ah, ja. Danke, Wuppi. Ich wollte einmal kurz Tonkorrektur machen. Ich mache das ein bisschen lauter. So, witzigerweise, Sie arbeitslos machen, aber generell den Arbeitsmarkt wieder stärken. Ja, ja. Ich meine, Sie ist eine Fachkraft, ne? Also, ich finde, wir sollten auch ein paar mehr Fachkräfte auf dem Markt haben. Was sind das für Aufnahmen? Hallo, Frau Fahler. Hallo, Frau Benandji. Ich grüße Sie in meinem Wahlkreis. Ja, Wuppi. Bei einem ZDF-Sommerinterview. Hast du das gesagt? Ja, ja. Ich habe einmal Stopp gerufen. Oder habe ich Wuppi gesagt. Und zwar, ich habe das jetzt einfach mal laufen lassen und habe mir die Bilder angeguckt. Und Alter, wenn ich das sehe, dann sehe ich da einfach Deutschland, ne? So, da läuft ein Mähdrescher auf dem Feld und dann sind da Leute im Park am Spazieren. Und dann war da dieser Dino. Ja. Das ist einfach Deutschland für mich. Da hast du keinen an einer Shisha-Bar gesehen gerade. Ja, ich bin heute in Wuppertal-Oberbaum einmal durchgefahren. Und, äh, also unironisch, zehn Dönerbuden auf, du kannst dich hinstellen in den Oberbaum, kannst einen Kreis um dich herum ziehen, der 250 Meter in jede Richtung, also 250 Meter Radius ist. Du wirst, äh, 15 bis 20 Dönerbuden, Schrägstrich, Wettbüros, also vier, fünf Wettbüros wirst du auf jeden Fall am Start haben. Zehn Dönerbuden, äh, was gibt es sonst noch, so Shisha-Bars, so drei, vier Stück und so ein Kraft. Ja, ist doch schön, die machen sich selbstständig, Wuppi. Ja, ja, ich meine, ey, die zahlen Steuern und so. Hat dem keiner gesagt, dass eine Kunstgalerie besser ist für die Geldwäsche als eine Shisha-Bar oder ein Wettbüro oder ein Dönerladen? Oh ja, stimmt. Stimmt. Oh Gott. Mal weiter? Genau, Sie sagen, Sie sind extra hergekommen, Sie waren nämlich eben noch in Magdeburg, da ist gerade Europawahlversammlung Ihrer Partei und da wird ganz heftig gerungen um Listenplätze, auch um Inhalte und hier treffen wir uns aber in Ihrem Wahlkreis in Sachsen, da sind Sie als Direktkandidat wahrscheinlich etwas weniger Reibereien ausgesetzt als manchmal an anderer Stelle mit Parteifreunden. Brauchen Sie ab und zu mal diesen Abstand zu den eigenen Leuten? Nun, das ist eine schöne Abwechslung, auch heute hier natürlich in meinen Wahlkreis zu kommen, deswegen freue ich mich sehr darauf. Abstand braucht man immer von der Berliner Politik, aber hier ist mein Heimatwahlkreis, meine Heimat, hier fühle ich mich wohl. Ja, ich muss Chrupalla da korrigieren, Abstand braucht man immer von Berlin. Punkt. Da war der Satz eigentlich schon fertig. Ja, prinzipiell schon, ja. Auch schön ist, ich glaube, das kannst du als Thumbnail benutzen, oder? Schönes, schöner Freeze-Frame. Dafür habe ich eine Unterstützung in der Bevölkerung. Sie haben allerdings einen gar nicht so einfachen Job bei der AfD, Sie sind Co-Vorsitzender und da sitzt man immer auf dem Schleudersitz, das haben wir bei Ihren Vorgängern gesehen. Momentan läuft es in der Öffentlichkeit vor allem für Ihre Co-Vorsitzende Alice Weidel besonders gut. Sie ist auf den Titelblättern, sie war kürzlich eingeladen bei einem viel beachteten Treffen in Thüringen von Björn Höcke eingeladen. Sie waren nicht dabei. Warum geraten Sie da gerade so in den Hintergrund? Das sehe ich nicht. Wir sind ein Team, wir sind eine Doppelspitze. Ich habe mittlerweile das fünfte Jahr als Bundesvorsitzender vor mir. Ich denke, ich habe die Partei zusammen mit Alice Weidel, aber auch mit meiner Aufgabe gerade in den letzten Monaten... Wie stehst du dazu, zu einer Doppelspitze? Doppelspitze soll zu sein. Ich meine, am Ende muss eh ein Bundeskanzlerkandidat gestellt werden, und das kann halt nur einer werden. Und ich persönlich sehe eine Weidel da vorne. Ich äußere mich jetzt an dieser Stelle nicht. Okay, taktisch clever, sehr patriotisch von dir. Ich kann dir sagen, warum. Und zwar ist es nichts gegen Chrupalla, sondern eher etwas für Weidel, weil ich ihr sehr gerne zuhöre, wenn sie über Wirtschaft spricht. Und Chrupalla spricht andere Probleme an, die wahrscheinlich so gesehen noch kritischer sind als die Wirtschaft, weil Migration und sowas... Weidel ist halt wirklich, ja, ich sag mal wirklich 100% Wirtschaft, ne? Und... Aber damit catcht die mich halt wirklich. Ich finde es... Vielleicht so viel kann ich mal sagen. Ich finde es blöd, dass sie ihren langjährigen Mitarbeiter gekündigt hat, nachdem er in Potsdam gewesen ist. Ja, absolut. Für was? Für nix. Das ist 100% kritikfähig, denn damit gibst du den Kritikanten nur Nährboden. Korrekt. Okay, Moment. Wir reden hier über ein Treffen und sagen, das war super schlimm. Eine Weidel und eine AfD sagt, das Treffen war aber nicht schlimm. Wozu entlässt du dann diesen langjährigen Mitarbeiter, der da war? Mhm. Also, das geht nicht... Da greifen die Zahnräder nicht ineinander und das ist durchaus kritikfähig. Und man kann froh sein, dass es gar nicht mal so stark von den Medien ausgeschlachtet wurde. Ja. Das erinnert mich so an so ein paar Leute, die mir andichten wollen, dass ich eine Oma geschlagen hätte. Ähm, da entschuldige ich mich auch nicht dafür. Warum? Vielleicht ist die Sache auch gar nicht so stattgefunden. Ne? Du sagst einfach so, ja. Ich, 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 du hast eine Oma geschlagen. Alter, Wuppe. Ja, wenn ich, wenn ich, ja, das ist, das sind Sachen, die mir angedichtet werden. Ja, aber warte, 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 ich wollte eine Conor McGregor-Referenz raushauen. Mhm. Wir gehen ins Jahr 2000. Wann kam der Whisky raus? Alter, 16? Zurück. Conor McGregor war in Irland, in einer Bar, die er später gekauft hatte. Oh, warte mal, ich muss kürzen. Er hatte sein Whisky dabei, Proper 12. Ja. Weißt du, warum der so heißt? Wie, Proper? Proper 12. Proper 12. Mhm. Nee, nee, sag mal. Weil er aus dem 12. Bezirk von Dublin kommt. Und er stolz darauf ist. Also er ist ein Proper 12er. Aha. Ein stolzer 12er. Das ist irgendwie so ein Assigviertel oder was? Boah, ich weiß gar nicht, ey. Ich hab damals in neun gewohnt. Nee, in acht hab ich gewohnt. Sorry. Ja, ja. Und er in zwölf. Crumlin ist das. Auf der anderen Seite der Stadt. Ja. Ich glaube, da ist tendenziell eher die bessere Gegend. Aber generell war das jetzt auch nicht. Es ist halt die typisch britische Architektur in Dublin. Ja. Und dann ist es auch noch eine Großstadt. Das heißt, du hast Reihenhäuser anstatt schöne Einfamilienhäuser. Ich glaube, du hattest im Süden viele Einfamilienhäuser. Aber dann hast du halt trotzdem diese beschissene britische Architektur, die so kacke aussieht, wenn du aus Deutschland kommst. Also keine Ahnung, ob das ein Assigviertel ist. Ich glaube, ganz normal. Na, auf jeden Fall kam er in die Bar rein und sagte, hey Leute, probiert meinen Whisky. Und dann saß da so ein älterer Mann, der wollte seinen Whisky einfach nicht probieren. Und dann hat Conor McGregor den geboxt. Und dann hat Conor McGregor die Bar gekauft. Das ist jetzt The Black Forge, heißt die Bar. Übelst geiler Schuppen. Ich glaube, vor zwei Jahren hatte die dann neu eröffnet. Und ja, der alte Mann, der sein Whisky nicht probieren wollte, der hat Hausverbot. Warum merke, wenn du was angeboten bekommst, dann heißt es, okay, mach ich. Also so erzählt man sich. So ist die Geschichte von Conor McGregor. Ehrlicher Typ. Ich finde ihn ausgesprochen unterhaltsam. Ja, bevor er anfing, sich die Birne wegzukurksen, war das ein absolutes Vorbild, finde ich. Hat er sich die Birne weggekurken? So was von, Mann. Also, wenn du dir den jetzt anguckst, dann denkst du dir, Junge, ist der einfach 20 Jahre innerhalb von sieben Jahren gealtert? Ach, verarsch bin ich. Wirklich? Ja, weil er sich alles reinballert. Irgendwelche Testo und Wachstumshormone. Ich meine, ja, er hat sich Wachstumshormone geballert, weil sein Schienbein durchgebrochen ist. Und mit Wachstumshormonen wächst der Knochen wieder schneller zusammen. Ja, genau. Und alles andere wächst auch. Deswegen sah der auf einmal aus. Er hat ja damals im Federgewicht gekämpft. Das waren 60 Kilo. Ja. Oder, nee, 65 Kilo. Und auf einmal sah der Typ aus, als wenn er mit 85 Kilo komplett vollgepackt mit Muskeln rumläuft und er war nicht fett. Ja. Ja, ja, wegen den ganzen Sachen, die er sich geballert hat. Und er ballert sich ja nicht nur irgendwelche Muskelaufbau-Präparate, sondern der ist sehr viel am Saufen, sein Whisky und sowas. Nimmt bestimmt noch andere Substanzen, die ich hier nicht von reden möchte. Und das siehst du halt auch in seinem Gesicht. Ja. Interessant. Ja, klingt so ein bisschen nach dem Sieß-Lifestyle. Was ist Sieß? Als ob du Sieß nicht kennen würdest. Ich, nee. Nicht? Z-Y-Z-Z. Ach, den meinst du? Ja. Schreib, ich hab mir mal Süß gesagt. So weit ist es jetzt nicht voneinander. Ja, aber ich wusste gar nicht, worauf du hinaus willst. Der Bodybuilder, der draufgegangen ist, sein Herzversagen. Ja, ja, ja. Ja, ja, und dann hat er seine eigene Süß-Musik. Ja, genau. Ja, genau. So, machen wir weiter? Ja. Ja, komm, los geht's. Wir haben aktuell wirklich gute Umfragen, die auftreten. Und ich denke, das ist auch mein Verdienst. Wir reden jetzt über die Lage Ihrer Partei und auch über das Programm. Das machen wir von vorne bei uns am Set. Bitte. Danke. Ja, Herr Krupalla, in Umfragen läuft es gut für Sie. Das haben Sie gerade gesagt. Das stimmt auch so weit. Und Sie haben daraus schon einen neuen Anspruch abgeleitet. Nämlich, Sie seien bereit für mehr und Sie sind bereit, mitzuregieren. Das möchten Sie gerne machen. Deswegen möchte ich heute ganz gerne mal mit Ihnen darauf schauen, was das denn konkret für die Bürgerinnen und Bürger bedeuten würden, wenn Sie mitregieren würden. Aber zuvor gucken wir mal ganz kurz auf die Ausgangslage. Entschuldigung. Ich habe jetzt überlegt dazu, an was erinnert mich der Nachname von dieser Frau? Ich kann es überhaupt nicht aussprechen. Irgendwie Banaji oder irgendwie sowas in der Richtung. Aber ich hatte mal eine Mitschülerin, die hieß, also irgendwie sowas Arabisches, also nicht in meiner Klasse, irgendwie parallel lief die. Die hieß Energy. Energy. Ja, also Energy oder so, keine Ahnung. Jeder hat sich halt nur gehänselt mit Energy und sowas. Das war ausgesprochen unterhaltsam. Vor allem, wenn Sie dann irgendwie am Telefon, dann da waren Energy. Die Mama hat dann am Telefon. Es gibt echt Nachnamen. Da kannst du echt knicken in Deutschland. Die Ausgangslage in Ihrer Partei. Ich würde Sie da gerne zitieren. Sie haben auf Ihrem Europaparteitag gesagt, wir sind attraktiv, wir sind Volkspartei. Das sagen Sie ja in einem Moment, in dem es bei der Union und bei der Ampel wirklich richtig schlecht läuft. Ist die Vorfreude da nicht verfrüht? Stopp. Es sind ja nicht nur die Umfragen, die uns da bestätigen. Es sind doch natürlich auch die... Ach nee, warte. Ja? Da hat das private Treffen noch nicht stattgefunden. Sonst hätte ich jetzt sowas konstruiert im Sinne von, ist die Vorfreude da nicht etwas verfrüht? Denn wir wissen, was ihr getan habt. Und das kommt noch im Januar. Dum, dum, dum. Ähm, nee, aber in diesem Fall kann man ihr das ja nicht unterstellen, dass die schon irgendwelche Pläne im Hintergrund hatte. Nein, natürlich nicht. Als ob. Ach, niemals. Also, die haben immer Pläne im Hintergrund, aber in diesem Fall nicht diesen. Ich sag dir eins, die schlimmsten Skandale, keine Ahnung, dass Björn Höcke in seinem Garten Kreuze verbrennen würde, oder so Blödsinn, haben sie in der Schublade und warten darauf kurz bis vor den Wahlen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Korrektiv, sondern irgend so eine Kleinigkeit, die sie mal eben improvisiert haben. Und wenn gar nichts mehr kommen sollte, dann haben sie halt wirklich, also dann haben wir ja wirklich kaum, also null Dreck am Stecken. Das Ding ist, ey, die können sich irgendeinen Fake-Twitter-Account machen, posten dann irgendwas. Dann übernehmen das einfach irgendwelche sämtlichen Medien. Dann geht das durch die Medien. Und am Ende heißt es, oh, das war Fake. Ja, der Schaden ist angerichtet. Ja, genau, so, so. Ja, richtig. Und sagen dann, ja, oh Mann, wir haben uns auf dieses Twitter-Profil bezogen. Ja, klar, du kannst ja reinschreiben, lauf dem Twitter-User, bla, bla, bla. Und dann brauchst du einen ganzen Artikel auf irgendeinen Twitter-User auf oder sowas. Ja, wir müssen uns wirklich als böse Rechte davon lösen. Also, ey, du musst es halt echt raffen, dass du von vorn bis hinten an jeder Seite verarscht wirst von diesem Staatskonstrukt, ne? Also wirklich heftig. Ich meine, diese RKI-Geschichte, die, also ich habe jetzt, heute habe ich die Honigwabe mir angeguckt. Also, du musst wirklich die, du musst wirklich die Pille gefressen haben, dass sie nicht teilweise lügen oder irgendwo versuchen, dir irgendetwas da, die Wahrheit dann doch irgendwie zu vermitteln. Nein. Ja, wuppi. Straight up, es ist komplett Lüge. Damit fährst du 99 Prozent besser als so ein Differenzieren versuchen. Die Dokumente sind aber alle noch geschwärzt, ne? Ja, ja, richtig. Wie heißt nochmal das Medienportal, was dagegen geklagt hat? Multi, Multimagazin? Heißt das so? Heiß ich nicht. Auf jeden Fall klangen die noch darauf, dass die geschwärzten Stellen auch noch weg sind, weil sie halt eine gesellschaftliche Relevanz haben, ne? Weil, ich meine, du veröffentlicht Dokumente und sagst, ja, es sind namengeschwärzt und dann stehen da einfach komplette Auflistungen geschwärzt drin. Ja, okay, als ob da jetzt eine Auflistung voll mit Namen ist. Also bitte. Mhm. Das ist ja brisanter, als wenn das FBI irgendwelche Dokumente veröffentlicht über Aliens und dann sind da Sachen geschwärzt. Mhm. Weiter. Die Wahlergebnisse gerade auch auf kommunaler Ebene. Wir haben einen Bürgermeister, also wirklich einen vollamtlichen Bürgermeister jetzt gewählt bekommen. Wir haben einen Landrat gestellt. Also hier sieht man, dass wir auch auf kommunaler Ebene angekommen sind. Und das ist natürlich auch für uns Ansporn, in Zukunft auch auf Ländesebene und auch auf Bundesebene natürlich zuzulegen und dort auch Regierungsverantwortung zu übernehmen. Wir sind bereit für mehr. Sie haben es gesagt, das ist unser Slogan. Und es erwarten aber auch die Wähler von uns, dass wir natürlich Verantwortung übernehmen. Wir wollen aus der Opposition heraus natürlich in die Regierung, um dann Veränderungen zum Wohle der Deutschen, im Interesse der Deutschen voranzubringen. Jemand, der es etwas skeptischer sieht und zurückhaltender, ist ihr Ehrenvorsitzender Alexander Gauland. Der hat in der Zeit gesagt, die Zustimmung in der Bevölkerung sei eben nicht in erster Linie Verdienst der AfD, sondern, Zitat, sie verdankt sich den Fehlern der anderen. Hat er Unrecht? Stopp. Nein, er hat nicht Unrecht. Natürlich. Sie verdankt sich den Fehlern anderer, der Erfolg der AfD. Ich meine, klar, wenn die Ampelpartei das Programm der AfD fahren würde, dann bräuchte es die AfD nicht mehr. Ja, richtig. Das sind nicht einfach nur ein paar Trottel, sondern sie wollen einfach nicht. Sie wollen nicht die Politik durchführen, warum auch immer. Keine Ahnung, amerikanische Interferenzen oder was auch immer, kann es auch sein. Vielleicht irgendwelche Aliens, die sie fernsteuern und einfach denken, oh lol, jetzt machen wir mal so Politik. Aber letzten Endes ist es völlig egal. Die Leute stehen uns im Weg und sie wollen eine Politik fahren, die nicht in unserem Interesse ist und sie müssen weg. Es ist eine Sache des Ausdrucks, wie man es jetzt sagt. Wir sanktionieren Russland, weil Putin ein Kriegstreiber ist. Ich kann es aber auch so formulieren und so ausdrücken und sagen, wir simulieren im Prinzip Peak Oil, dass wir sagen, okay, die Rohstoffe sind endlos zur Verfügung noch. Ja. Aber wir grenzen das jetzt kategorisch aus und sagen, wir nehmen jetzt nichts mehr aus den und den und den Ländern, weil die moralisch nicht unseren Wertevorstellungen entsprechen. Damit simulierst du doch im Prinzip Peak Oil Punkt, dass du sagst, ja, okay, wir kriegen jetzt nur noch rationierte Lieferungen aus den USA und die sind viel, viel teurer, weil, naja, du den Markt ja kategorisch ausgeschlossen hast. Also hat quasi die USA, die uns beliefern mit Energieressourcen, ein Monopol auf dem Markt und können die Preise hochdrehen. So, und kommen für die USA dann auch engere Zeiten, dann drehen die Preise nochmal hoch. Also, du simulierst im Prinzip diesen Zustand, der irgendwann mal in der Zukunft kommen könnte, wenn es kein Öl mehr gibt. Den tust du dir jetzt schon an, obwohl es Öl noch gibt. Aber versuchst dann aus einer Energieregression, die du dir selbst erschaffen hast, eine Energiewende zu veranstalten, die aber gar nicht funktioniert, sofern du gar keine Energie hast. Also das muss man sich mal vor Augen führen. Kennst du eigentlich das Unternehmen Sunfire? Tatsächlich nicht, ne? Na, das ist ganz interessant. Gucken wir jetzt mal eben. Elektrolyse im industriellen Maßstab. So, das Unternehmen Sunfire ist ein deutsches Unternehmen. Boah, da habe ich mich vor vielen Jahren habe ich mich dafür interessiert. Ah, wollen die, dass du quasi Autos mit Wasser tanken kannst? Dann machst du Elektrolyse und kriegst dann einen Minospolwasserstoff, den du dann verbrennst? Keine Ahnung, ob das jetzt aktuell etwas ist, worauf sie halt sitzen. Aber das war vor vielen Jahren, war das halt ein ganz, ganz großes Thema gewesen. Du kannst theoretisch Treibstoff synthetisieren aus dem Kohlenstoff, den du in der Atmosphäre drinnen hast. Daraus formst du Kohlenwasserstoffketten. Dann brauchst du dann natürlich auch Wasser, wo du dann das Wasserstoff rausziehst. Also du kannst, ich weiß nicht, ob der Chemiker dürfte mich jetzt verprügeln, wenn ich das jetzt so salopp sage. Aber du kannst per Elektrolyse, kannst du Kohlenstoff an Wasserstoff dranbinden, ja, auch in den langen Ketten, wie du es gerade haben möchtest. Und es wird sauerstofffrei. Also ungebundener Sauerstoff wird daraus frei. Und das Zeug kannst du wiederum dann benutzen, um ein Auto zu betreiben. Das Einzige, was du dazu brauchst, ist Wasser, Luft. Das hat man ja. Und eine Menge Strom. Das bedeutet, über Bande kannst du jedes Kfz, was wir in Deutschland haben, auf dem ganzen Planeten haben, wenn du das groß genug skalierst, mit Atomenergie, wenn du das als Primärenergiequelle, also wirklich Quelle benutzen möchtest, kannst du elektrifizieren. Natürlich hast du da halt einen Wirkungsverlust. Aber es geht. Es geht theoretisch. Wenn du es möchtest, geht es. Das ist ja dann im Prinzip die Definition von grüner Wasserstoff. Dass du quasi... Ja, ist das so? Ich meine ja. Oder nicht? Dass du halt über Elektrolyse den Wasserstoff erzeugst, heißt, du hast deinen Plus- und Minuspol im Wasser und erzeugst dann am Minuspol deinen Wasserstoff, deinen H2-Moleküle und dann dein O am Pluspol und der oxidiert dann komplett weg, insofern es Kupferhardrähte sind und sowas. Und dieser Strom, den du dafür brauchst, da sprechen wir vom grünen Wasserstoff, sofern dieser Strom halt aus 100% erneuerbaren Energien kommt. Kommt der, kommt der es nicht. Kommt aus Kohlekraft und du ballerst den Strom dann da rein, um damit dann, ja, dann, ich sag mal, grün Auto zu fahren oder sowas, dann ist es das halt nicht mehr. Also ja, das Prozedere ist mir im Prinzip bekannt, sag ich mal, aber ich weiß jetzt nicht, welche Unternehmen da in irgendwelchem, in diesem Bereich Marktführer sind oder sowas. Aber damit würde halt eine riesengroße Stellschraube für die Politik flöten gehen, dass man uns halt beschäftigt halten kann. Ich meine, jeder Mensch, der zwei Stunden auf dem Fahrrad zur Arbeit hin- und zurückfahren muss, der wird jetzt weniger Zeit haben, zu demonstrieren und sich zu echauffieren und sich politisch vielleicht ein kleines bisschen weiterzubilden und diesem System zu zeigen, wo die Sporen sind. Also es ist eine riesengroße Beschäftigungstherapie in meinen Augen und das machen sie gerne. Du sollst nicht so wenig haben, dass du verreckst, aber so wenig, dass du den ganzen Tag schuften musst, dich mit irgendeinem Blödsinn befassen musst, der dich nicht voranbringt, am besten viel Bürokratie und so ein Blödsinn. Ja, wirklich, davon haben wir dann offenbar nicht genug, wenn die Leute auf die Straße gehen, um gegen Recht zu demonstrieren, gegen die AfD. Die sind ja mindestens über Bande, sind dann selber bezahlt in dem System. Guck dir mal an, wie bei dieser Zusammenlandgeschichte, wie viele NGOs da am Start sind, die aus dem, es ist ein parasitäres System. Jeden Tag, wenn du morgens aufstehst zum Arbeiten, fütterst du dieses parasitäre System. Ich könnte jetzt mal wieder was über Steuerhinterziehung erzählen und dass ich diesen Leuten irgendwann eines Tages ein riesengroßes Denkmal erbauen würde, aber naja, andere Geschichte. Ich könnte Schatti an der Stelle zitieren. Oh, erzähl, was hat er gesagt? Er hat gesagt, ja, ich kann die Leute verstehen, fass doch einfach auf das System und schließ dich einer radikalen Sekte an. Okay. Ich weiß nicht, ob das in dem Rahmen eines politisch aktiven Menschen wie mir, ob ich das so sagen darf. Alles klar, machen wir weiter. Profitieren wir auch von den Fehlern der anderen. Das ist aber immer die Aufgabe der Opposition. Opposition heißt Kontrolle. Das ist die Aufgabe der Opposition. Das nehmen wir wahr und wir sind meiner Meinung nach die einzig wahrnehmbare Opposition. Wir stellen Alternativen wirklich da, so wie es unser Name auch schon sagt, Alternativen für Deutschland. Und das merken immer mehr Wähler und Bürger zu dieser desaströsen Politik der Ampelregierung. Allerdings haben Sie auch kein automatisches Anrecht sozusagen auf den Status der Protestpartei. Man kann das an dem Potenzial sehen, dass Frau Wagenknecht da entfaltet. Sie spielt mit dem Gedanken, eine eigene Partei zu gründen und eine Umfrage hat ergeben, dass sie, wenn sie in Thüringen mit dieser eigenen Partei antreten würde, aus dem Stand auf 25 Prozent kommen würde und sie würde der AfD... Hast du gerade gesagt, dass es regnet? Ja, ja. Guck mal im Hintergrund den Teich an. Ja, ja, Tatsache. So. Oh ja, war es nicht 25? Ist klar, ist klar. Also, die gibt es ja jetzt momentan. Wir sind jetzt quasi schon in der Zukunft. Wo ist die? Bei 4 Prozent? Aber warte mal, das ist Thüringen. Alter, was ist das denn? AfD 22 Prozent? Was ist das denn? Warte mal. Da wum. Ich meine, warum wird Wagenknecht ein so großer Vertrauensvorschuss entgegengebracht? Weil die weil die Rightfacing betreibt. Ja, aber ich meine, das, was eine Wagenknecht während der Corona-Zeit mit ihren YouTube-Videos gemacht hat, hat eine Weidel ja genauso gemacht, oder nicht? Ja, richtig, aber das ist eine Schauspielerin. Ja, aber oder meinst du, Wagenknecht gehört zu den braunen Leuten? Wagenknecht ist definitiv Team Umvolkung. Ja, ich meine, sie hat halt, sie ist halt immer noch die Linke, aber ohne diese Woken-Punkte, sondern es ist halt Alt-Links und halt dieses Wirtschaftliche, sie hat halt diese wirtschaftliche Vernunft noch mit drin. Sonst ist es halt, äh, ja. Du kaufst dir die, du kaufst dir die Nummer ab. Was denn? Wirtschaftliche Vernunft? Ja. Ja, ich glaube nicht, dass die den Handel mit dem Iran einstellen möchten, einfach nur, weil der Iran, ähm, ja, weil, weil dem Iran gerade das abgeht, was da abgeht. Das ist ne Kommunistin, die schmeißt dich für n, äh, für n, für den, für den Nächstbietenden schmeißt sie dich vor den Bus. Die Kommunisten sind keine, Kommunisten sind, oh, hui, äh, Kommunisten sind üble Leute. Aber immerhin willst du dann handeln, ha? Oh, oh, oh. Die schmeißt dich von, die schmeißt dich von Bus für den nächsten Posten oder sowas. Hundertprozentig, ich kenne diese, diese Sorte Leute. Du hast parallel gegoogelt, wie weit Wagenknecht ist mit ihren Stimmen. Also, aktueller Wahltrend, äh, Stand 19, 03, 24, sind wir bei der BSW bei 14 Prozent und die AfD bei, äh, 30 Prozent. Also, ich weiß nicht, woher die 22 Prozent da jetzt gerade rausnehmen. Also, das... Ja, das war, das war eine Umfrage zu dem Zeitpunkt, dass die, dass Wagenknecht auf 25 Prozent kommen würde und 10 Prozent der Wählerstimmen von der AfD abziehen würde. ja, offenbar nicht. Also, offenbar hat quasi ihre, ihre Prognose war jetzt, dass die AfD quasi im Stand jetzt äh, bei, bei 22 Prozent ist, die AfD ist aber bei 30 Prozent. Es ist so heftig, einfach die Werteunion bei einem Prozent zu sehen. Das ist absolut mega. Also, die Werteunion, muss man wirklich sagen, ist ja sowas von brachial gescheitert. Die kapseln sich ja von der CDU ab mit Hans-Georg Maaßen, der als, ja, er vertritt schon AfD-Punkte, muss man halt so sagen, ne? Und dann wird er vom Verfassungsschutz, für den er selbst mal gearbeitet hat, zum Rechtsextremisten gemacht oder sowas, ne? Oder zum rechtsextremen Verdachtsfall. Es ist, als wenn das Satire wäre. wer schreibt sie, wer denkt sich das aus? Wer sind die Autoren? Ja, es ist, es ist alles nur noch eine riesengroße Satire-Republik. Wenn mich jemand rechtsextrem bezeichnet, dann sage ich auch, ja, und, und jetzt? Was hat, sind leere Worte? Was hat überhaupt, ey, wenn ein Hans-Georg Maaßen rechtsextrem ist, was bin ich dann? Oder, was ist dann halt ein, äh, ah, keine Ahnung. Was ist dann ein, ein Schlomo? Lauter solcher Sachen. Meinst du, Schlomo wird beobachtet? Ich hab keine Ahnung. Ich beobachte den Jungen auf jeden Fall nicht. Würde mich mal, würde mich mal, würde mich mal interessieren, ob es da wirklich so ein paar Mitarbeiter beim VS gibt, wo es, wo man dann sagt, guckt euch den Jungen mal genau an, ne? Und abhören und lauter solcher Sachen. Würde mich mal interessieren. Weiter? Äh, Gunde? G, aus dem Stand, gute 10% abnehmen. Mir fällt es jetzt gerade erst auf der Wagenknecht-Balken erstmal so ein schöner, brauner Balken. Herrlich. Herrlich. Das ist fast halbiert. Das zeigt doch, dass die Menschen vor allem nach einer Figur schauen und Protest wählen und nicht wirklich auf die Inhalte. Das sehe ich ein bisschen anders. Also wir sind ja nicht so eine reine Protestpartei. Ist dir da gerade aufgefallen, die hat einen harten Frame gesetzt, ne? Die hat so, ja, die wollen nur Protest, also nicht auf die Inhalte. Wenn er jetzt nicht auf diesen Punkt hier eingeht, dass sie ihm diesen harten Frame reingesetzt hat, das ist eine blanke Unterstellung. Ich hätte ihr jetzt gesagt, hören Sie mal, mit wie vielen Leuten haben Sie sich jetzt bitte unterhalten, die unsere Partei wählen? Das ist wirklich fies. Das ist wirklich fies. Er wird sagen, dass die Leute in die AfD nicht wählen aufs Protest, sondern weil die vom Parteiprogramm überzeugt sind. Ich meine, müssen sie ja. Also warum sollte es, dann geht doch nichts. Das ist schon wieder so eine defensive Art zu antworten. Mal ein bisschen empörter dann drauf sein. Ich glaube nicht, dass er vernünftig darauf antwortet, weil es ist das, was diese Frau hier gerade macht, ist eine absolute Frechheit. Das ist, also ich hätte angefangen zu lachen, wenn sie mir sowas sagt. Das können Sie vielleicht sagen mit Ihren, was kriegen Sie netto eigentlich vom, von der GEZ? Ach so, ah ja, okay, dann wissen Sie bestimmt um die Sorgen der Leute Bescheid. Das wäre die korrekte Antwort. Sowas in der Richtung. Ja, Mercedes schön vollgetankt, ja, ja, bei Ihnen läuft, ne? Was kostet der Blazer? 2,5? 2,5? Ja, nee, 2,8, alles klar. Das habe ich auch im Übrigen schon erwähnt, wir sind Protest- und Programmpartei. Wir haben ganz klare Alleinstellungsmerkmale, was Sanktionspolitik angeht, was aber auch Friedensordnung in Europa angeht, was Wirtschaftspolitik angeht, was Kernenergie angeht. Das sind Alleinstellungsmerkmale. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das ist politischer Wettbewerb, wenn sich andere neue Parteien gründen sollten. Das sehe ich relativ gelassen. Das ist ein Wettbewerb, dem wir uns alle demokratischen Parteien stellen müssen. Ihr Parteimitglied Björn Höcke sieht das vielleicht anders. Der hat schon gesagt, Frau Wagenknecht würde auch gut zu uns passen, der ist da vielleicht etwas nervöser als Sie. Aber nehmen wir mal das, was Sie gerade sagen. Dann lad doch einfach den Höcke ein, wenn du unbedingt auf irgendwelche Standpunkte von dem Höcke eingehen möchtest. Junge, immer wieder das Gleiche. Ja, okay. Man kann erst mal Chrupalla da sagen, was der Höcke eigentlich meint. Das ist der Grund, warum ich nicht zu solchen Shows gehen würde. Da kommt nichts Sinnvolles bei raus. Ich würde sagen, pass auf, eine Frage über Höcke und ich breche den Scheiß hier ab, dann ladet Höcke ein. Und ich bin jetzt hier, weil dann reden wir über mich und unser allgemeines Programm. Aber wenn ihr über Höcke reden wollt und was der mal wieder gesagt hat, dann ladet ihn ein. Ja. Warte mal, wollen wir ein bisschen in die Zukunft spekulieren, was noch Thema wird? Ja. Gerne. Okay. Meinst du, die werden die Vokabel Remigration verwenden? Das ist Sommerinterview. Remigration gab es da noch nicht. Noch nicht. Ja, stimmt. Also werden die auch nichts mit Deportation oder sowas in den Mund nehmen. Schade, 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 schade. Was könnten die für schöne Sachen jetzt noch thematisieren? Vogelschiss? Nee, oder? Ich denke nicht. Ja, gut, das weiß ich, soweit ich das bei TJ gesehen hatte. Das Interview, wo die nochmal auf Familienpolitik eingehen. Wie viel denn mit den Maßnahmen der AfD eine Familie wirklich brutto sparen könnte oder netto? Weiter? Ja, komm, komm. Ja, komm. Gucken wir einfach mal. Sie haben gerade gesagt haben, Sie wollen Programmpartei sein und Sie haben das auch genannt. Mit Ihnen gäbe es dann die Wende zum Guten. Dann schauen wir mal auf die Vorschläge, die Sie da konkret machen. Aktuell ist die Wirtschaftslage in Deutschland angespannt und die Wirtschaft selber sagt, das größte Konjunkturrisiko sei langfristig. Die Arbeitsbevölkerung schrumpft und sie bekommen keine Arbeitskräfte mehr. Das sieht man jetzt schon. Experten sagen, es wird schwieriger. Wer? Fratscher? Ohne Zuwanderung werden wir das Problem nicht lösen und die Wirtschaft nicht stärken können. Einmal ganz konkret von... Das klingt nach Fratscher. Wir brauchen eine Zuwanderung. Konkret 400.000 im Jahr. Das ist doch ein Mann, ey. Hat Fratscher eigentlich auch gesagt, dass die unsere Renten zahlen werden? Ja, ja. Ich glaube, der hat sich ein bisschen vertan. Ich glaube, hätten wir jetzt drei Millionen fleißige Chinesen importiert, ja, wahrscheinlich hätten die unsere Renten gezahlt. Das hätte eventuell funktioniert. Ja. Die Leute, die mir jetzt sagen, dass man jetzt hier mit den ganzen Außengeländern, dass man jetzt hier den Wirtschaftsbetrieb und alles schön sanieren kann, das sind die gleichen, die auf der Baustelle dann da stehen und dann sagen, wir haben jetzt zu wenig Zement, kippen wir einfach noch ein bisschen mehr Wasser in die Plöre rein und gucken wir mal, was passiert. Das ist alles Lüge. Das ist alles... Irgendwas ist auch komisch, Uppi. Weißt du auch warum? Wenn wir so viele Fachkräfte suchen. Normalerweise, das normalste Ding der Welt wäre, dass Polen hier rüberkommen, um zu arbeiten, weil die hier dann mit einem Mindestlohn von 12,50 Euro oder sowas nach Hause gehen und in Polen ist alles viel günstiger. Ja, ich meine, ich habe schon in, keine Ahnung, Gärtnereien gearbeitet, da war dann immer ein polnischer Gastarbeiter mit dabei. Der hat dann da, weiß ich nicht, zwei, drei Monate mitgearbeitet und ist dann wieder zurück nach Polen. Und dann hat das Geld ausgereicht oder er hat dann da halt weitergearbeitet, aber hat sich hier in Deutschland quasi erstmal so ein in Anführungszeichen goldenes Näschen verdient. Ich kann polnisch, ich weiß, wie die Polen ticken, die haben keinen Bock in Deutschland zu arbeiten. Das ist es. Die gucken, also die Polen haben auch Fernsehen, die gucken sich den ganzen Zirkus an, der auf der ganzen Welt abläuft und denken sich so, hier läuft ordentlich was schief und warum, die ganzen Polen leben ja relativ konzentriert in den Großstädten, die kriegen alles berichtet. Die rufen auch mal bei ihrer Verwandtschaft in Polen bei sich zu Hause dann an und dann berichten sie, was da abgeht. Die Polen, wenn es mehr Polen in Deutschland gäbe, dann hätte die AfD nochmal ein ordentliches Plus, weil die lieber auf Jesus Christus stehen als auf Mohamed mit seinen Motumbus und naja, ja gut, sehr gut. Ich dachte, jetzt kommt was Schlimmeres. Nee, ich bin heute sehr ruhig drauf. Ich bin, ich hab mich ausgetobt gestern. Ich bin, heute brauchst du nichts von mir zensieren. Ich bin sehr freundlich und handzahm. Sehr schön. Ich meine auch, ich meine, zum einen reduzieren wir die Wirtschaft durch überteuerte Energie, Reduktion der Energieproduktion im eigenen Land, Importe von überteuerten Energien und Energieressourcen. Dadurch reduzieren wir Produktion, den Produktionsstandort Deutschland. Unternehmen gehen ins Ausland oder wenn die nicht schon im Ausland sind, sagen die einfach, okay, dann produzieren wir in China, produzieren in Bulgarien, weil es einfach günstiger ist. Damit sorgst du hier für Arbeitslose. Aber auf der anderen Seite reden die Leute davon, dass wir hier 400.000 Einwanderer im Jahr hier hinholen müssen, dass die hier arbeiten auf dem Arbeitsmarkt. Das bedeutet aber, dass von den 400.000 dann auch wirklich jeder 400.000, also jeder arbeitet. Das heißt, du müsstest tendenziell um diese 400.000 offenen Stellen im Jahr zu besetzen, bei der Quote, die wir aktuell haben, von, weiß ich nicht, Syrern oder so, ich glaube, 75 Prozent davon, also drei Viertel der Syrer beziehen Hartz IV, müsstest du also das, Wuppi, mach niemals live Mathe, ne? Ich, das 16-fache, du müsstest das 16-fache importieren, damit du auf 400.000 kommst. Genau, also, es gibt schon gewisse Probleme, die auch nicht ineinander greifen, wenn man sagt, jo, hier wird alles reduziert von den Arbeitsplätzen her, aber wir müssen mehr Fachkräfte ins Land holen. Warum? Schon alleine, das geht nicht einher und dann kommt halt noch das Kulturelle dazu. Hm? Es ist auch die größte Psy-Op überhaupt, es ist doch, dass man uns sagt, ja, die Bevölkerung muss wachsen. Das ist völliger Unsinn. Die japanische Bevölkerung ist auch nicht, hat auch kein Netto-Plus und trotzdem kollabiert der ganze Laden nicht. Warum? Weil sie viel Technik einsetzen. Gut, dass du es sagst, die kommen mir gleich auch noch auf Japan zu sprechen, dass Japan auch eine negative Geburtenrate hat oder eine rückgängige, aber das Ding ist, das Ganze verfolgt ja auch Trends. Also, dann hast du mal wieder einen Boom, dann wird es mehr, dass wir mehr Geburtenraten sind, dann hast du halt wieder wirtschaftlich schwierigere Zeiten, wo weniger Geburtenraten kommen und dann kommen wieder mehr. Also, das kann man schon wieder hinkriegen. Dafür musst du nicht die halbe dritte Welt nach Deutschland importieren. Weiter? Ja. Wenn Ihnen eine Zahl viele Arbeitsmigranten braucht, Deutschland, um dieses Problem zu lösen. Null. Ich schaue nicht auf die Zahlen, was wir jetzt brauchen würden. Ich schaue auf die Zahlen, welche Arbeitskräfte bereits im Land sind und welche Potenziale wir im eigenen Land haben. Und da gibt es genügend Zahlen. Wir haben ungefähr 5,5 Millionen Menschen, die sozialhilfeberechtigt sind. Wir haben 4 Millionen, die erwerbstätig in diesem Bereich auch sind. Ah, der ist zu nett. Der hätte wirklich einfach sagen müssen. Lächelt sie an und sagt, null. Wir haben genug hier. Und dann kann er sein Plädoyer hier halten. Aber er muss wirklich, er muss da einfach richtig rein, Alter. Ja, ja, ja. Er bewegt sich aber auch auf das falsche Terrain und geleitet durch diese Dame. Die kommen mit Wirtschaft und klammern so vollkommen so den Lebensstil und den Volksgedanken von uns aus. Und dann kommt er das so, ja, mit einer ellenbreiten Erklärung, ja, das geht so nicht und so was dazu. Fräulein, Energy-Dingsbums. Ich möchte nicht in einem Land wohnen, wo zwei Gruppenverhältnissen pro Tag die Norm sind. So. Und wenn die Herrschaften sich hier nicht benehmen können, dann müssen sie nach Hause. Jeder Einzelne, der 2000 bis von 2015 an hierher gekommen ist. Und dann gucken wir noch mal, ob sie nicht vielleicht hier illegal hergekommen sind und so weiter und so fort. Das wäre die korrekte Herangehensweise meiner Meinung nach. Alter, die USA ist da wirklich maximal konsequent. Ich habe neulich einen Film gesehen mit Brad Pitt und ach komm. Du verwechselst einen Film mit der Realität, Brudi. Ja, aber warte, warte. Und zwar geht es darum, der Film hieß Babel aus dem Jahr 2006 und Brad Pitt ist mit seiner Frau in Marokko unterwegs, irgendwelche marokkanischen Kinder schießen mit einem Gewehr in der Wüste und knallen und denken dann so, ja komm, mal gucken, wer den Reisebus da unten trifft. Ja. Haben getroffen und zwar die Frau von Brad Pitt in dem Film einmal durchs Schlüsselbein durch, einmal durch die Schulter durch. Und dann irgendwo mittel in der Marokko. Ja, und dann irgendwo in der marokkanischen Wüste kommst du auch nicht so schnell in ein Krankenhaus, ne? Und so zuverlässig ist die Polizei da unten ja auch nicht. Naja, parallel dazu gab es ein paar Handlungsstränge, unter anderem in Japan oder in den USA und die waren ohne ihre beiden Kinder in Marokko. Und die mexikanische Haushälterin hat auf die Kinder aufgepasst und hat sie dann währenddessen mit nach Mexiko genommen, so einer Familienfeier. Dann sind sie, ihr Neffe, sie und die beiden Kinder sind nachts zurückgefahren in die Staaten und ja, ich weiß nicht, warum der Typ nervös geworden ist, aber du kannst von den USA nach Mexiko rein, aber wenn du zurück willst, dann wirst du kontrolliert, ne? Ja. Und er meinte dann so, ja fahren sie mal bitte eben rechts ran, ja und wahrscheinlich war das einfach nur eine Standardkontrolle, aber er wurde nervös und ist dann einfach abgehauen. So und dann die Frau so, scheiß Mann, was machst du denn? Haut er vor den Bullen ab und sie so, halt an, halt an, halt an, er hält an, sie und die Kinder steigen aus und sind dann einfach mitten irgendwo in der texanischen Wüste oder sonst wo, ne? Oder in Arizona oder sowas. Und sie hat die Kinder dann unter so einen Baum gelegt oder unter so ein Gebüsch, ne? Dass die halt nicht direkt in der Sonne sind und hat dann versucht, Hilfe zu suchen. Und naja, dann haben die natürlich auch die Personalien aufgenommen von dem Typ, der da im Auto saß, der abgehauen ist von ihr und den beiden Kindern und dann kam dabei raus, sie ist zwar schon super lange die Haushälterin dieser Familie in den USA, aber sie war illegal da. Und obwohl die da seit Jahren arbeitet, hieß es dann, ja, sorry, du bist abgeschoben. Du bist nicht legal hier. Auch wenn sie sich wahrscheinlich super integriert hat, ne? Und, ähm, einen Job da hatte, wahrscheinlich auch Steuern gezahlt hat und sowas, ne? Mhm. Ja, da ist die USA knallhart, dann heißt es ja, sorry. Dein Aufenthaltsstatus ist ja aber illegal. Und tschüss. Ja, was ja based ist. Ja, ist halt gegen die Regeln, ne? Mhm. Ich meine, das ist ja auch, das würde jeden deutschen Staatsbürger auch treffen, du kannst ja, ein Investorenvisum kriegst du oder ein Arbeitervisum, wenn du in die USA willst. Investoren kriegst, kannst du dir machen, wenn du dich da selbstständig machen möchtest. Dann musst du irgendwie so und so viel im Jahr investieren und so und so viel im Jahr erwirtschaften, ne? Oder halt das normale Arbeitervisum, das heißt, du arbeitest da. Wirst du jetzt aber arbeitslos und du findest nicht in einer bestimmten Zeit wieder einen neuen Job oder dein Unternehmen, was du selbst aufgemacht hast mit dem Investorenvisum, geht pleite oder du schließt es und suchst dir einen normalen Job, ja, dann hast du aber nicht mehr das Investorenvisum und dann wirst du auch abgeschoben, auch als Deutscher, auch als derjenige, der dann normal arbeitet, ne? Wenn das Ding abgelaufen ist, dann weg, dann hast du Pech. Ja, entweder wir spielen hier nach Regeln auf diesem Planeten oder wir lassen es hier komplett bleiben und sagen, gut, dann machen wir jetzt hier Anarchie. Dann machen wir einfach so, gucken, was passiert und wenn solche Regeln aufgestellt sind, dann müssen sie von allen eingehalten werden. und ich finde, von daher ist dieses Modell, was die USA da hat mit dem konsequenten Abschieben von Leuten, die sich hier illegal aufhalten, durchaus und einfach in dem Rahmen, in dem wir uns jetzt gerade befinden. Vorher habe ich immer gesagt, ja, das ist Blödsinn, aber ja, mittlerweile ist es nötig. Ist der gute Boosty ein wenig radikalisiert? Ich glaube nicht. Ja, da kriegt die Bratwurst extra braune Stellen, kann das sein? Ich distanziere mich von dieser Unterstellung. Wir haben 2,5 Millionen Arbeitslose, wir haben eine Alterskohorte der 20 bis 34-Jährigen, haben wir 2,5 Millionen junge Menschen ohne Berufs- und Schulabschluss und wir haben 60.000 junge Menschen, die jedes Jahr die Schule ohne Schulabschluss verlassen. Also wir haben im Prinzip in der eigenen Bevölkerung genügend Potenzial, was wir schöpfen müssen und das müssen wir angreifen. Das ist im Übrigen die Ursache für unseren Arbeitskräftemangel. Das klingt erstmal nach viel, jetzt haben Sie gerade gesagt, inländische Arbeitskräfte heben, ist ja auch immer die Frage, ob die das wollen, nur mal eine Randbemerkung, ungelernte Deutsche, die man dann ausbilden möchten, die wollen vielleicht auch nicht immer. In Baden-Württemberg gibt es gerade einen Fall, da braucht eine Fleischerei 200 Lehrlinge und muss die jetzt aus Indien holen, weil sie... Es ist total egal, was die wollen oder nicht, Mann. Ich wäre auch lieber reich und würde nicht arbeiten gehen. Habe ich halt nicht. Ein großer Mann hat mal gesagt, oh, ich kriege gerade einen Anruf. Können wir, muss das ihm... Ja, ja, geh du mal ran. Ein großer Mann hat mal gesagt, ich hätte gerne, dass Jennifer Lorenz mit einem bläst. Ja, das... Ich kann das... Ich kann den ganzen Tag wollen. Es wird wahrscheinlich nicht passieren. Es wird niemals geschehen. So. Und wenn... Wenn die meinen, natürlich, ich will aber kein Fleischer sein oder sowas, ja, dann... Nirebotraet, nirekuschaet, sagt man auf Russisch. Du willst nichts arbeiten, ja, dann brauchst du auch nichts essen. Mein Gott. Das ist das Erste, was ich abschaffen würde. Alle Sozialsysteme am liebsten komplett wegrasieren. Und wenn es noch irgendwo Sozialsysteme noch geben, würde, da gibt es ja ein paar Leute, die vielleicht nicht so ticken wie ich, dann würde ich sagen, ja gut, dann für Deutsche. So. Der Rest nicht. Ja, ja. Musst du an deinen Anruf rangehen oder was machst du? Nee, ich habe das gerade gecancelt. Dr. Seuch hat dich angerufen. Ja, ja. Ich soll zur nächsten Visite kommen. Ich habe da... Ich habe da was am... Was Privates. Im Inland keine... Auch im EU-Ausland übrigens nicht. Also ganz so einfach ist es... Ja, aber da muss ich einhaken. Genau das ist das Problem, was wir in Deutschland haben, das Wollen. Da müssen wir dieses Wollen eben anreizen. Also es muss Anreize geben, dass dieses Wollen eben gehoben wird. Und das heißt fordern und fördern. Es kann nicht sein, dass Menschen, die hier in diesem Land jung und gesund sind, vom Staat leben und Menschen, die tagtäglich 40 Stunden arbeiten, das gleiche Geld bekommen. Diese Ungleichheit, diese Ungerechtigkeit muss aufgehoben werden. Ja, stopp. Und dann können wir nicht nur... Ich kenne Leute, die haben nach ihrer Ausbildung ein Jobangebot bekommen in Höhe von knapp 2000 brutto. Jetzt kannst du Steuern und sowas drunter rechnen. Da bist du bei etwas über 1000 Euro. Jetzt gehen 400 Euro Kaltmiete drauf. Ernährung 200 Euro. Dann Autoversicherung. Generell alle Versicherungen noch. Geht runter. Dann sparst du im Monat vielleicht nur noch 200 Euro. Also dann hast du 200 Euro im Monat zum Leben. Das sind halt Anreize, die gesetzt werden müssen, indem du die Politik änderst. Weil ein Arbeitgeber kann auch nicht... Dann sagen immer alle, ja, ich möchte mehr verdienen, weil sonst lohnt es sich ja nicht mehr. Ja, ist schon klar, dass es sich irgendwann nicht mehr lohnt, weil dann kannst du auch, wenn du fast das gleiche Geld vom Staat bekommst... Für mich ist jeder Mensch, der von den Steuern hier lebt, ist ein aktiver Kämpfer für eine Revolution. Das ist... Arno, ja. Simple as that. Sie unterminieren diesen Staat. Diesen Staat, den ich nicht mag. Du wolltest gerade Arno Dübel anführen als Beispiel. Arno. Ja, genau. Ja, ja, aber du hast schon, dass der verstorben ist. Mein Herz ist gebrochen, red weiter. Ja, aber warte, Wuppi. Ja. Ich kann dir ein bisschen Hoffnung geben, seine Leiche wurde nämlich niemals gefunden. Jetzt ernsthaft? Ja. Nein. Doch, Mann. Also ich, 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 wenn ich jetzt eine Theorie aufstellen müsste, würde ich sagen, irgendwelche Clan-Bosse haben die Leiche entführt und, und, äh, weggeschafft und kassieren jetzt einfach weiter seinen Hartz IV, weil wenn die Leiche nicht gefunden werden kann, dann kannst du auch nicht seinen Tod feststellen und dann kriegt er weiter Hartz IV aufs Konto. Moment, der kriegt, äh, Also seine Leiche, sein Leichnam, sein Körper wurde niemals entdeckt, aber er kriegt immer noch Kohle aufs Konto. Wie bei Osama Bin Laden, genau. Das, das möchte ich bitte belegt haben. Also, wenn, wenn man, wenn man dich nicht auffindet, wenn man dich nicht auffindet als Toten oder Lebendigen, wenn man nicht sagen kann, okay, der Typ ist noch am Leben oder nicht, dann kriegst du weiter Zasta auf dein Konto? Ja, ich meine, wäre doch fies, wenn nicht. Ich meine, dein Tod ist ja nicht bestätigt. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Also, Alter, hier kriegst du... Ah, hier, guck mal, er starb am Mai, äh, 23, äh, im Mai 23 im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf im Alter von 67 Jahren. Du bist da in einem Hoax aufgehört. Nein, guck, du musst, du musst danach googeln, dass seine Leiche verschwunden ist. Arno Dübel-Leiche. Ich bin ja erst... Egal. Leiche von Arno Dübel in Hamburg. Was? Ja, siehst du? Das musst du einblenden, dann hinterher im richtigen Stream. Ja. Doch Dübels sterbliche Überreste wurden demnach nicht zu einer der verstorbenen Annahmen gebracht. Dabei handelt es sich um, äh, Leichenhallen auf Friedhöfen oder auch bei einigen größeren Bestattern. Leiche verschwunden. Wow. Er bezieht... Er bezieht sogar Hartz IV im Himmel. Ich sag's doch. Guck mal, er ist so ein passionierter Arbeitsloser, dass er sogar im Himmel weiter Arbeitslosengeld bezieht. Dieser Mann, wow. Ich verneige mich. Weiter? Ja. Jawohl. Ein Satz dazu noch. Ins Ausland schauen, denn auch im Ausland gibt es keine Fachkräfte. Gerade im europäischen Ausland, ich hatte jetzt Besuch einer bulgarischen Delegation, die sich darüber beschwert haben, dass Deutschland gerade in Bulgarien nach Fachkräften sucht, die sie ja selber bräuchten, weil auch dort fehlen natürlich Ärzte, auch dort fehlen Pfleger. Und wir maßen uns an, ein Land, ein Industrienland mit 84 Millionen Einwohnern, diese Menschen abzuwerben. Das ist moderner Feudalismus und das sollten wir uns wirklich gut überlegen. Das ist ein wichtiger Punkt, denn zahlreiche Studien und Experten sagen, wenn wir alles Potenzial heben, wird das innerhalb, also aus dem Inland und aus dem EU-Ausland, wird es immer noch nicht reichen. Wir brauchen bis zu 400.000 Zuwanderer im Jahr, um... Es ist das gleiche System wie vorhin. Die holen sich dann irgendeinen Fratscher, der sowieso gekauft ist, der deckt dann diese wirtschaftlichen Diskussionen, dann können die dann immer wieder auf den Rekouvrieren und er begibt sich da auf dem Feld, wo er gar nicht drauf herumreiten müsste. Er könnte auch einfach sagen, nein, unserem Volk geht es nicht gut, wenn zwei Gruppenvergewaltigungen pro Tag ablaufen. Warum? Es ist eine Win-Win-Situation für das ZDF und für Fratscher. Fratscher wird von denen bezahlt, die können auf ihn referenzieren, wenn er die Preise weiterquasselt, dann wird er gerne weiter referenziert, das heißt, er bekommt mehr Geld dadurch, wird in weitere Talkshows eingeladen und, und, und. Also es ist ein Geben und Nehmen. Mhm. Diese... Ja, komm, diese absurden Zahlen, 400.000, das ist einmal Erfurt oder sowas pro Jahr, was hier hingeholt werden soll. Wie soll das funktionieren? Das ist, im Prinzip würdest du jedes Jahr eine Großstadt in der Größe von Erfurt irgendwo errichten müssen, um diese Leute hier wohnen zu lassen. Das ist absurd. Und das ist halt etwas, was, witzigerweise habe ich neulich noch das, das neueste Video von dem Roger Bedkamp, das war Bürgerdialog oder sowas, hieß das, da hat er noch mal über den, den Wohnungsmarkt gesprochen. Und, ja, so ist es. Also, überleg mal, du holst dir eine Masse an Nachfragen in Höhe von 400.000 Leuten ins Land, die den Markt komplett überfluten, auf einmal in einem Jahr, ist ja klar, dass es keinen Wohnraum mehr gibt für die Leute und dass es ihr absurd teuer wird, weil du gar nicht mit dem Angebot in dem Maße nachkommen kannst. Die haben sich ja von der Regierung gesagt, ja, wir wollen irgendwie jedes Jahr 400.000 Wohnungen bauen, die hängen mit fast 300.000 Wohnungen im Rückstand pro Jahr. Ja, wow. Aber wollen dann weiter 400.000 Leute hier, ist ja deren Wunschziel, dann um das, um das Ganze hier irgendwie zu stemmen, hier hinholen. Das funktioniert nicht. Man darf sich in solchen Gesprächen mit dem ZDF, also erstens, sie wollen dich immer, sie wollen dich immer platt machen. Man darf ihnen aber nicht diese Möglichkeit geben, dann irgendwie über Wirtschaft zu reden, weil dann holen sie sich halt irgendwo einen Fratschner nachher. Warum bleibt man nicht bei dem Volksgedanken? Hier, ja, das und das will ich nicht haben. Und es gibt Studien, die sagen, oh, zwei Gruppen am Tag sind nicht so geil. So. Ja. Weiter. Tatsächlich den Bedarf zu decken. Also, da geht doch ihr Konzept nicht auf, wenn sie sagen, wir wollen das aus. Ich kann Ihnen noch einen weiteren Punkt nennen. Das ist die hohe Staatsquote, die wir haben. Übrigens so hoch wie nie. Staatsquote heißt, dass mittlerweile im öffentlichen Dienst auch in der Beamtenschaft fast 52 Prozent aller Deutschen angestellt sind. Also, die produktiven Menschen in diesem Land, die wertschöpfend arbeiten, nimmt von Jahr zu Jahr ab. Wir haben eine viel zu hohe Bürokratie und damit hingehend auch natürlich viel zu viele Menschen, die gerade im öffentlichen Dienst arbeiten, die auch in Beamtenschaft arbeiten. Das muss reduziert werden. Da haben Sie eine Rechnung, die andere anders berechnen. Boah! Das Thema Fachkünfte, denn das sprechen Sie auch ganz konkret an. Da setzen Sie auf das japanische Modell. Das steht jetzt auch noch mal hier. Wie bitte? Spricht ich aus? Hm. Nee, es ist so ein Ping-Pong-Spiel. Das ist so super unangenehm, gerade zu gucken. Das sagen aber meine Zahlen anders. Dann sagt sie noch nicht mal, von wem die Zahlen sind. Das ist 100 pro Fratsch. Letztendlich ist es auch scheißegal. Davon haben sie wahrscheinlich ein ganzes Magazin voll mit solchen Trotteln. Sollte sie sich dann da gegenseitig decken und sagen, Wirtschaft voll gut mit Außengeländern von allen Herren Ländern. Ja. Mann. In Ihrem Leitantrag für den Europawahlkampf. Das bedeutet vor allem eine klare Abschottung gegen diejenigen, die man nicht haben möchte und eine große Vorauswahl, welche Facharbeiter man gerne ins Land bekommen möchte. Ich finde das ganz interessant, weil Japan selbst dieses Gastarbeiterprogramm, was es jetzt sehr, sehr lange gefahren hat, abwickelt, weil es damit nicht zurande kommt und weil es zu wenige Arbeitskräfte ins Land bringt. Warum setzen Sie ausgerechnet auf ein Modell, das woanders gescheitert ist? Also ich würde das nicht als gescheitert betrachten. Sagt Japan ganz klar. Ich will auch ganz klar sagen, dass wir natürlich jeden, jeder ist ja in Deutschland herzlich willkommen, der der Sprache mächtig ist. Ich glaube, Japan sieht das Ganze gescheitert an, weil die halt weniger Arbeitskräfte bekommen. Wenn Japan genau das gleiche Modell fahren würde wie Deutschland, dann würden sie dieses Modell auch als gescheitert ansehen, weil sie dadurch auch keine mehr Arbeitskräfte bekommen, sondern einfach nur Sozialleistungszuwachs. Also Japan wäre nicht gut beraten, aus der dritten Welt Leute zu importieren massenweise, in der Hoffnung, dass der Arbeitsmarkt dadurch gefüllt wird. Das wird nämlich nicht passieren, insofern Japan ein Sozialleistungssystem wie Deutschland hat. Das kannst du durchspielen auf der ganzen Welt, egal wo. Ich meine, das wird doch immer wieder auf das Gleiche zurückzuführen sein. Warum sollte man arbeiten, wenn du hier eine Wohnung gestellt bekommst und aus deinem komischen Drecks-Shithole da rauskommst, wo dein Haus in der Wüste steht und zur Hälfte unter dem Boden ist, damit du tagsüber nicht bei 40 Grad da kollabierst. Und dann kriegst du auch noch hier alles gestellt und hast auch noch Geld zum Leben, mehr als genug im Monat. Also das ist wie, als würde man mich jetzt nehmen, um das mal zu vergleichen und keine Ahnung, stecke mich irgendwo auf den Kanaren oder sowas in so ein Fünf-Sterne-Luxus-Hotel und dann wohne ich da und kriege alles bezahlt und muss halt und kriege noch dazu 500 Euro im Monat, wovon ich einkaufen gehe. Hallo? Hallo? Das Sommerinterview entwickelt sich zu einer Tortur für mich. Weißt du, das sind so super simple Sachen, dafür brauchen wir keine Studien, es sind Fakten, die sind gesetzt und die kommt dann mit irgendeinem Fratscher. Ich bin jetzt unglaublich gespannt, was der nächste Take ist. Ich habe, glaube ich, eine sehr üble Vorahnung jetzt von dem, was Kruppala jetzt sagen wird. Moment und go. Der sich sofort zum Markt begibt, der in unseren Sozialstaat einzahlen möchte, aber ich möchte ihn auf ein grundlegendes Problem hinweisen. Er hat etwas unglaublich Doofes gesagt, warte mal, ich scrolle mal ein bisschen zurück, 9,44, 30. Ich würde das nicht als gescheiter betrachten. Du sagst die Abwarn ganz klar. Ich will auch ganz klar sagen, dass wir natürlich jeden, jeder ist hier in Deutschland herzlich willkommen, der der Sprache mächtig ist, der sich sofort hier in den Arbeitsmarkt begibt, der in unseren Sozialstaat einzahlen möchte. Aber ich möchte ihn auch und ich bin Mitglied bei einer rechten Partei. Jeder ist willkommen, solange er Steuern bezahlt. Das ist schon wieder so völlig, völlig beliebig. Jeder kann kommen. Ist egal. Hauptsache, er bezahlt Steuern. Das ist so eine unglaublich materialistische Sicht der Dinge. Toll, dann bezahlen sie dann halt alle hier schön Steuern, aber dann sieht dann mein Viertel dann trotzdem aus wie, keine Ahnung, ein kleiner Iran oder so etwas. Habe ich auch keinen Bock drauf. Will ich einfach nicht. Mir ist scheißegal, ob die Steuern bezahlen. Ich will sie nicht da haben. Ich will hier immer noch mein schönes, kleines Deutschland haben. Und ich will meine Kultur hier haben. Ich will hier meine Gesetze, also vernünftige christliche Gesetze und so ein Kram jetzt hier haben, beziehungsweise, was heißt christlich? Abendländische Gesetze. Das ist doch scheiße, diese eben, dass er sich auf diese, der Typ ist Chef einer rechten Partei und er bewegt sich auf dieses Glatteis, dieses boomereske, äh, materialistische Denken macht mich fertig. Was denkst du dazu? Äh, naja, er muss natürlich die Leute dementsprechend abholen, die dieses Sommerinterview tatsächlich im Fernsehen oder sonst wo sehen werden, ne? Ähm, und da die wenigsten seiner, generell schon, oder schon seiner Wählerschaft ZDF im Fernsehen gucken werden, muss er sich natürlich auf die Zielgruppe einstellen, ne? Und da kann er jetzt nicht mit irgendwelchen harten Takes kommen. Aber was sind denn das für harte Takes? Äh, wissen Sie, dass, dass, die Welt besteht nicht nur aus Geld und Wirtschaft und sowas, sondern besteht auch ein kleines bisschen aus Kultur, sozialer Gesellschaft, sozialer Gesellschaft, pipapo, bla bla bla, bisschen ausmalen, wie gesagt, zwei Gruppen pro Tag, wie finden Sie das? So. Und du hast es, und du hast komplett dieses wirtschaftliche Gelaber, dieses Boomer-Zeug, dieses Materialistische, komplett umschifft und die Frau wäre auf den Rücken gedreht, wie eine Schildkröte. Ah, go. Auf ein grundlegendes Problem hinweisen. Aber ich würde gerne von Ihnen noch mal wissen, Sie sagen ja, Sie formulieren die besseren Konzepte. Moment, ich habe noch ein viel besseres Konzept, vor allen Dingen ein zukunftsweisender. Das wird in der öffentlichen Debatte in der Politik so gut wie überhaupt nicht angesprochen. Und das ist die Familienpolitik, die hier im Prinzip zugrunde liegt. Wir haben eine desaströse Familienpolitik, wir haben eine de facto Ein-Kind-Politik, da müssen wir ansetzen, damit wir in 20, 30 Jahren sich solidarisieren mit der Politik des Feindes. Wir haben eine Politik, die ist blöd. Wir haben eine Politik, die ist blöd. Nein, die Politik, die die für uns machen, ist blöd. Das wäre viel besser. Er redet hier von einem Wir, er ist doch gar nicht in der Verantwortung dafür. Ja, richtig. Diese Freund-Feind-Unterscheidung, das haben echt nicht alle drauf. Das muss man drauf haben. Wenn irgendetwas blöd ist, dann ist das die BRD. Wenn etwas geil ist und ich es feiere und ich es toll finde, dann ist es Deutschland. Wenn irgendwo blöde Gesetze gemacht werden, dann ist es nicht die Ampel, sondern es sind die Altparteien, ein korrupter Haufen von Leuten, mit denen ich nicht in dem gleichen Raum dieselbe Luft atmen möchte. Das ist der Feind. Und wir wollen was völlig anderes. Ist doch gar nicht so schwierig. Das sind erwachsene Leute und die haben diese absoluten Basics von Freund-Feind-Unterscheidung nicht drauf. Ich verstehe es nicht. eben wieder aus eigener Kraft heraus und das muss der Anspruch einer Industrienation wie Deutschland mit 84 Millionen Einwohnern sein, aus eigener Kraft heraus mit unserem Nachwuchs auch wieder die Fachkräfte generieren können und dann geht es weiter mit dem Bildungssystem, was am Boden liegt. Auch das muss natürlich erstmal wieder auf Vordermann gebracht werden. Da wäre eine Menge zu leisten, denn insgesamt fehlen uns bis 2060 16 Millionen Arbeitskräfte, die man dann irgendwie zeugen müsste. dann in dem Sinne, in dem Sie sagen, 146.000 Personen pro Jahr. Noch einmal ganz kurz zum japanischen Modell zurück, weil Sie das ja momentan befürworten. In Japan ist es so, dass Rentner arbeiten müssen, weil einfach nicht genug Arbeitskräfte da sind. Jeder Vierte zwischen 65 und 69, zwischen 70 und 80, noch jeder Dritte. Wollen Sie das tatsächlich auch für Deutschland? Nein, ich sehe aber gerade, dass in Deutschland genau diese Bereiche auch schon vorhanden ist, dass mittlerweile Rentner sich was dazu verdienen müssen, weil ihre erklägliche Rente eben nicht mehr reicht, weil sie Steuern auf ihre Rente zahlen müssen und weil der Rente Ah, schön. Das ist gut. Und da haben wir noch nicht bei das japanische Modell, das will ich auch ganz klar sagen. Also wie gesagt, wir brauchen definitiv ein Umdenken in der Familienpolitik, aber auch in der Bildungspolitik. Und Sie brauchen bessere Konzepte, die Sie gerne anbieten möchten. Gehen wir dann noch mal zu der sozialen Frage, denn auch da stellt sich ja die Frage, Sie haben öffentlich sich sehr oft für Geringverdiener und Menschen mit kleinem Einkommen eingesetzt. Ich hole schon mal den Taschenrechner. Deswegen haben wir auch da mal geschaut, was möchten Sie eigentlich und was können Sie für diese Leute leisten? Das Wirtschaftsforschungsinstitut ZEW, das hat vor der Bundestagswahl verglichen, was die Politik aller Parteien für die Deutschen konkret bedeuten würde. Und da ist eine große Überraschung für mich dabei gewesen. Die Politik der AfD nämlich begünstigt vor allem Menschen mit einem Einkommen über 300.000 Euro. Ist das dann die echte Politik, wenn du für die Menschen mit wenig Geld? Ja, nun wirklich, jetzt haben Sie die eine Kohorte herausgenommen, die über 300.000. Wir haben aber auch ganz klare Konzepte für Geringverdiener, also auch Vorschläge dahingehend, zum Beispiel gerade, ich meine, Sie sehen es, in meinem Wahlkreis ist das durchschnittliche Einkommen von 2.500 Euro. Auch dieser Person. Wenn jemand 300.000 Euro brutto im Jahr verdient, dann profitiert der immer, egal wer gerade an der Politik, an der Markt ist. Also, wenn du in dieser Kaste bist, 300.000 Euro, das sind, keine Ahnung, 160.000 netto im Jahr. Junge. Das ist ja gottlos viel. Alter, wenn du so viel hast, dann profitierst du immer. Weil, guck mal, mit diesem Gehalt könntest du dir Wohnungen kaufen, vermietest die als Wertanlage erstmal, und du siehst ja, wie sich der Wohnungsmarkt entwickelt, weil zum Beispiel die Parteien, die jetzt gerade am Werk sind, planen, bis zu 400.000 neue Leute ins Land zu holen, jährlich. Ja, da kannst du ja Mieten aufschlagen, die dann sogar, weil da höchstwahrscheinlich dann irgendwelche Bürgergeld im Finger drin sitzen, der Staat am Ende zahlen wird, weil die Leute irgendwelche Wohnungen brauchen. Das heißt, selbst dann profitierst du davon. Und der Staat, der Staat hält dir dann die Waffe an den Kopf und sagt, du zahlst oder du wirst eingeknastet. Indirekt. Neben dem Bürgergerechnet-Empfänger oder dem Typ, der die Wohnung gehört? Der Typ, nee, nee, das ist jetzt noch ein weiterer. Der, der tatsächlich wirtschaftlich deckend arbeiten muss und den ganzen Spaß finanziert. Deine Hinterzieher werden ja bekanntlich in unserem Land verfolgt, wie, wie die letzten, Menschen. Und das ist auch Konzept der AfD, das sehen Sie in unseren Anträgen im Bundestag immer wieder. Müssen natürlich entlastet werden, nicht besteuerlich, im Übrigen auch in Abgabenform, im Übrigen auch für diejenigen, die Kinder großziehen und erziehen. Was zum Beispiel Kinderbeiträge angeht, was Schulessen angeht, alles Forderungen der AfD, die Sie von uns im Bundestag lesen können. Und das sind unsere Forderungen. Das ist Ihnen wichtig, deswegen will ich da mal einhaken, wenn die Ehepaare mit zwei Kindern, ein Ehepaar mit zwei Kindern und kleinem Einkommen hätte mit ihrer Politik maximal 20 Euro im Jahr mehr. Auch das ist doch keine echte Politikwende für diese Leute. Ich kann jetzt nicht die Zahlen, die Sie jetzt hier gerade vorlesen, stellen wir auch noch mal online zurecht. www.zdfheute.de Ja, irgendwo beim ZDF heute. 20 Euro im Jahr hätten die mehr. Kein Plan, kein Hinweis darauf, wie das jetzt gerechnet wird oder sowas. Ja, stellen wir online zurecht. Irgendwo beim ZDF. Schon alleine dadurch, wenn die AfD die GEZ-Gebühren streichen würde, hättest du im Jahr 220 Euro mehr. Oh, das wäre ein richtig geiler Konter. Und dieser Konter wäre genial, wenn Chrupalla den da angebracht hätte, weil das ist das Erste, was mir in den Kopf kam. So, Moment mal. Wir reden ganz klar davon, dass wir die GEZ-Gebühren in der Form, wie es jetzt da ist, abschaffen wollen. Das sind dann, rechnen Sie mal, 18,36 Euro mal 12, über 220 Euro im Jahr. Also ich weiß nicht, wie Sie auf 200 kommen, denn Sie werden von dem Scheuerzahler nicht mehr oder von der Bevölkerung nicht mehr bezahlt. Usti, das ist genial. Das ist wirklich gut. Das ist eine tolle Idee. Alter, wenn sowas kommt, dieser Konter, der nimmt Sie komplett hops. Ja, klar. Ja, und da kannst du auch nichts mehr sagen, ne? Unabhängig da, ja, also, oh ja, das haben wir dann wohl irgendwie nicht mit berücksichtigt, würdest du dann sagen. Ja, offenbar nicht. Dann ist das Ding durch. Was sollen Sie denn noch sagen? Jetzt redet er sich vom Kopf und Kragen her. Ich weiß jetzt nicht, wie Sie das berechnet haben und so und bla bla bla. Ja, das Ding muss einem doch sofort in den Kopf schießen, wenn du beim ÖR sitzt und sagen, ja, pass mal auf, wenn Sie uns jetzt sagen, so und so viel spart man mit unserer Familienpolitik im Jahr, wenn wir Ihren Bums hier nicht weiter zahlen, dann sparen wir schon alleine dadurch 220 Euro im Jahr. Welche Bemessungsgrundlagen diese hat? Ich habe Ihnen gerade unsere Anträge auch vorgestellt, die wir im Bundestag klar einbringen, was klar zur Entlastung von Familien und Geringverdienern beiträgt. Auch zum Beispiel, auch das war in unserem Bundestagswahlprogramm mit Inhalt, dass Geringverdiener bis 2000 Euro zum Beispiel gar keine Steuern zahlen und wie gesagt, wenige Abgaben, denn die Abgaben, das ist mittlerweile das größere Problem als die Steuern. Die Frage ist ja, sind Ihre Konzepte tatsächlich besser als die der anderen, so wie Sie das behaupten? Wir sind zumindest alternativ. Eine echte Wende wollen Sie auf jeden Fall in der Europapolitik, wie genau das aussieht? Da hätte er einfach sagen müssen, ja, sind sie. Also, sie sind zumindest alternativ. Ja, das ist so wie, das ist eine Antwort auf den Niveau von Merz, wo er sagte, wie viele Geschlechter gibt es? Hauptsächlich zwei. Sie sind zumindest alternativ. Ja, ja, die sind besser. Unsere Konzepte sind besser. Deswegen machen wir sie ja. Testo und Kack-Taktik. Und hier muss er einfach, das war zu viel gekacke. Er musste mehr Testo raushauen, Mann. Ja. Am Ende hat sie ihm zwei Steilvorlagen gegeben mit dem, ja, sie sparen nur 20 Euro. So, Spritze rausholen, einmal hinten rein in die Pobacke, so Testo rein und dann, Junge, wenn wir euren Bums hier nicht mehr zahlen, sparen wir schon 220 Euro dann mit dem Jahr. und dann der nächste Schritt war hier, ja, sie müssen jetzt aber, sind Ihre Konzepte denn wirklich besser? So, nochmal eine Spritze rein und dann, ja, sind sie. Alter. Ich glaube, die Testo und Kack-Taktik sollte sich, äh, sollte sich wirklich verbreiten. Ich, ich mag den Begriff. Das ist eine schöne, schöne Sache. Ja, ich meine, du musst doch irgendwie angriffsmutig rüberkommen und sagen, ja, wir sind besser, deswegen machen wir es ja. Würden wir nicht meinen, dass es besser ist, sondern, ja, es ist alternativ dazu, ne, also, ich kann, ich stehe vor einem Fluss, ich kann jetzt das Ufer rechts entlang gehen und gucken, bis eine Brücke kommt oder bis der Fluss nicht mehr so tief ist, ich kann es links entlang gehen oder ich kann einfach sagen, ich baue eine scheiß Brücke drüber, wenn es auch nur so ein scheiß Baumstamm ist und gehe einfach direkt drüber, äh, ja, ist alternativ, ich kann links hergehen, rechts hergehen oder sowas, nein, unser Vorschlag ist besser. Weiter. Ne. Das wissen wir jetzt noch nicht, das steht erst nach unserem Gespräch fest, denn wir führen dieses Gespräch aus Termingründen am Samstag und die Entscheidung über die Weichenstellung für die EU-Politik der AfD, die fallen erst am Sonntag. Nicole Diekmann erklärt uns mal, worum es da geht. Boah, Diekmann. Das EU-Parlament. Auf bis zu 30 Sitze hier hofft die AfD nach der Europawahl im kommenden Jahr. Sitzt da nicht auch dieser Nico Semsrott? Ja, genau. Junge, der Typ, warum sitzt der da? Weil es Menschen gibt, die es lustig finden, unsere unwirre Demokratie ad absurdum zu führen, indem wir halt solche Clowns dann auch reinwählen. Also, selbst andere Clowns. Die wahrhaftige Verkörperung von die Deutschen haben keinen Humor. Ich finde den auch null lustig. Also, ich gucke mir den Typ an und ich denke mir halt, ja, Alter, das Europaparlament, wenn da solche Clowns rum sitzen, dann kannst du den Bums auch abschaffen. wovon werden die bezahlt, die Leute da? Wahrscheinlich auch wieder von unseren Steuergeldern, die dann an den EU-Port gehen, ne? Korrekt. Kannst du abschaffen. Wozu brauchst du das, Alter, wenn da irgendwelche Clowns rum sitzen, die nicht mal die nicht mal richtige Politik machen, sondern halt einfach nur ein bisschen trollen wollen. Ja. Wenn ich mal wieder lustig bin, dann kriege ich eine Volksverhetzungsanzeige an den Kopf. Ja, und der macht seinen, das ist ja noch nicht mal Boomer-Humor, das ist einfach nur Cringe. Ja, Ich glaube, wir müssen dich ins Europaparlament kriegen. Dann kann dir nichts mehr passieren. Boah, dann würde ich nur noch Comedy machen, ne? Übelst. Boah. Dann hätte ich dann, boah, meinst du, du kannst mit, mit einem Europamandat wirklich die Volksverhetzungsparagrafen komplett auf Null, keine Ahnung, also dass du da gar nichts mehr angezeigt werden kannst dafür. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Ich weiß auch nicht, was deren blöde Berufung da ist. Ich weiß, ich kenne mich damit zu wenig aus mit dem Europaparlament. Das hat mich nie wirklich interessiert, weil ich das immer für Quatsch gehalten habe. Boah, ich könnte der verhassteste Komiker der Welt werden, aber auch ein lustiger Komiker, wirklich lustig. Jeden Tag fünf Anzeigen, ah, herrlich. 30 Sitze in dem Parlament der Institution, deren geordnete Auflösung die Partei im Leitantrag zu ihrer Europawahlversammlung fordert. Das ist einigen dann doch zu radikal. Rolle rückwärts bei der Parteiführung. Diese Forderung sei ein Versehen. Vielmehr wolle man eine EU-Leit. Wir brauchen einen Kompetenzrückbau, eine Zurückverlagerung in die nationalen Parlamente, wo die Leute ja auch gewählt sind. Was ist Parteilinie? Die scheint es nicht zu geben. Die hart deiner Rücken nicht ab von ihrer extremen Haltung. Diese EU muss sterben, damit das wahre Europa leben kann. Da bin ich überzeugt. Richtig. EU ja oder nein. Inwiefern reden wir hier über eine extreme Haltung oder sowas, wenn man halt einfach sagt, die EU in dieser Form schränkt Staatssouveränität ein. Und jetzt kann man sagen, oh ja, ich bin nicht ganz zufrieden mit der Formulierung, die EU muss sterben, damit das wahre Europa leben kann. Ja, okay. Da reden einfach davon, die EU muss reformiert werden, damit wir noch mehr unser Potenzial in Europa ausschöpfen können. So ist gleiche Intuition, einfach anderer Wortlaut. und das eine Klang für die vielleicht ein bisschen extrem zu sagen, die EU muss reformiert werden, damit wir noch mehr Potenzial in Europa ausschöpfen können, ist nicht extrem. Also es wäre Bullshit, das als extrem zu betiteln. Also ja, es ist halt einfach wieder für die der Wortlaut. Aber nicht das, die Intention ist für die nicht das Extreme. Die Intention ist es unsagbar zu machen, was denkbar ist. Für uns. Oh, das darfst du nicht sagen. Die heilige Kuh Europäische Union, das ist das Ding. Das ist auch ein Punkt, den viele Leute bei uns im politischen Lager nicht so richtig verstehen. Das Böse liegt im Europaparlament. Die Wahlen, die jetzt kommen werden, sind die wichtigsten Wahlen von allen. Unsere Landtagswahlen geschenkt, unsere Bundestagswahlen auch geschenkt, aber dort sitzt das wahre Böse. Da muss man Leute reinbekommen. Es ist traurig, dass das nicht so breit gesehen wird. Keine Ahnung, vielleicht bin ich ja bekloppt und sehe halt nur weiße Mäuse. Aber da ist wirklich das Böse. Ich habe halt nie wirklich Interesse an den Europawahlen gehabt. Ja, aber kein Interesse, aber mal Gegenfrage. Kein Interesse daran gehabt. Welche Gesetze sind für dich vom Vorteil gewesen, die die Europäische Union beschlossen oder Regelungen irgendetwas gewesen? Mir fällt eins ein, beziehungsweise wenn ich freundlich bin, sogar zwei. Soll ich jetzt erst welche sagen? Ja, sagt mal recht. Okay. Für mich war EU-Politik immer so, ja, das ist halt da, das ist irgendwie wirtschaftlich sinnvoll und dann kommt immer auch ganz auf das Argument, ich kann in andere Länder reisen ohne Reisepass, ich muss nur meinen Ausweis vorzeigen, denke ich mir mittlerweile auch. Wetter halt auch einfach die F***e. So, ob du jetzt noch den Reisepass dazu mitnimmst oder nicht, ist doch total egal. Du kannst in jedes Land reisen, man. Also, das ist nicht der Punkt. Dann Handelsbeziehungen, ja, vielleicht ist es einfacher mit EU-Ländern, weil man da bestimmte Regularien sich erschaffen hat, allerdings funktionierte der Handel auch vor der Gründung der EU, ohne Probleme. Deutschland war bekannt auf der ganzen Welt für Exporte, Ingenieursprodukte und sowas. Also, offenbar muss es auch vorher schon nur funktioniert haben, dass man sich diesen Ruf auf der Welt erarbeiten konnte. Jetzt ist die Frage, also, für mich, das habe ich mal für mich hinterfragt und ich kam einfach auf den Entschluss, die EU braucht man nicht. Wofür? Sie schränkt maximal Staatssouveränität ein, anstatt Souveränität zu geben, weil halt über die Länder hinweg in diesem EU-Parlament dann Sachen beschlossen werden, wie zum Beispiel mit Ungarn, ja, ihr müsst so viele Flüchtlinge aufnehmen, wenn ihr es nicht tut, dann bekommt ihr keine EU-Subventionen mehr und sowas, ne? So, und das ist halt das, was ich meine mit Staatssouveränität einschränken. Also, keine Ahnung, du sagst, mit viel Wohlwollen haben die zwei, mir fällt gar keins ein. Mit viel Wohlwollen hätte ich das Zweite, dass man die USB-C-Kabel jetzt mittlerweile gezwungenermaßen an Telefonen von der Marke Apple sieht. Ja, du, das kannst du aber auch ohne die EU klären. da setzt sich ich mit sämtlichen Staatsvertretern zusammen und sag, pass auf, mir geht es auf den Sack, dass hier jeder Smartphone-Anbieter ein anderes Kabel hat, das ist völliger Blödsinn. Wie sieht es aus? Wenn die in diesen und diesen Ländern verkaufen wollen, dann sollen sie es vereinheitlichen. Das kriegst du auch ohne die EU hin, das brauchst du nicht. Deswegen sage ich ja maximales Wohlwollen. Aber nochmal zurück an deinen Punkt, den du jetzt gerade genannt hast. Ja, ohne Pass und sowas jetzt einfach mal über die Grenze kommen kann oder irgendwo ausreisen kann. Ja, ohne Reisepass. Der gleiche Vorteil. Wuppi, ohne Pass kommst du nur nach Deutschland. Ja, stimmt, genau. Aber guck mal, der gleiche Vorteil, den du da hast, den musst du ja überlegen, da gibt es ja noch 10.000 andere, also Millionen andere Menschen, die genau den gleichen Vorteil haben. Da wird es darunter auch Leute geben, mit denen du nicht im gleichen Zimmer sein möchtest. Dieser Vorteil, den du hast, ist auch der Vorteil von anderen Leuten, die es nicht gut mit dir meinen. Und jetzt stell dir mal vor, du hast einen Club, wo jeder reinkommen darf, ohne dass dann Papiere kontrolliert werden. Glaubst du, du wirst Bock haben, in diesen Club reinzugehen? Ich glaube, das wird ein sehr unangenehmer Laden werden. Vor allem, wenn du die höchsten Sozialsysteme dann auch in dem Club dann wahrscheinlich hast. Frei die uns für alle. Easy. Und nur die dummen weißen Kartoffeln, die können den ganzen Scheiß bezahlen. Uiuiui, das wird ein toller Clubbesuch. Eine Frage, über die die AfD seit Jahren ist nur, es wird weniger EU geben, zumindest wenn es nach der AfD geht. Stopp. Also ganz entschieden sind sie Ich meine, die haben jetzt gesagt, es wird weniger EU geben, wenn es nach der AfD geht. Wollt ihr uns auch noch sagen, warum das schlecht sein sollte? Ich meine, wir haben jetzt gerade ein paar Punkte aufgezählt, die es obsolet machen, dass es die EU überhaupt gibt. Noch nicht, aber klar ist, EU ein bisschen zurückdrängen, weniger EU, das heißt allgemein gesehen weniger Wohlstand. Es gibt eine Bertelsmann-Studie von 2019, die bringt den Mehrwert, den es für jeden Einzelnen hat mal ganz griffig auf den Punkt gesagt, für jeden Deutschen gibt es im Jahr rund 1000 Euro mehr Einkommen im Jahr aufgrund des EU-Binnenmarktes. Wo ist denn die Wende zum Besseren, wenn sie das abschaffen? Also ich denke, die Realität ist weit davon entfernt, was die Zahlen angeht, die Sie gerade nennen. Wir befinden uns als Deutschland aktuell in einer Rezession. Man spricht mittlerweile von der Deindustrialisierung Deutschlands. Das hat die größte deutsche Tagesordnung heute getätet. Es wäre schlimmer ohne EU. Ich denke, aktuell ist es schlimm genug mit der EU. Deutschland ist mit Abstand der dickste Geldgeber in der EU. Ich glaube, auf dem zweiten Platz ist dann Frankreich. Ich kann dir jetzt keine Summen nennen, ich kenne nur das Verhältnis zueinander. Deutschland zahlt doppelt so viel in den EU-Port ein wie Frankreich. Das heißt, Deutschland dann mit dem Hälfte von dem, was Deutschland einzahlt, Frankreich und dann darunter geht es weiter abgestufen, was die Länder einzahlen. Das heißt, Deutschland ist quasi mit Abstand der dickste Finanzierer. Und andere Länder bekommen dann das Geld, was Deutschland einzahlt. Das ist aber Geld, was Deutschland einfach für sich behalten könnte. Das heißt, wenn du es nicht wegzahlst, könntest du Steuerreduzierungen machen, weil du halt gar nicht mehr so viel einnehmen musst, um halt diese absurden Zahlungen ins Ausland oder sowas weiter aufrecht zu erhalten. Das heißt, das heißt, wenn man jetzt sagt, ja, hier irgendwie bekommen Deutsche 1.000 Euro mehr im Jahr durch den EU-Binnenmarkt, ja, schaffne ab, mach Steuererleichterungen, dann bekommt Deutsche auch 1.000 Euro mehr im Jahr. Also, was ist das für ein an den Haaren herbeigezogenes Argument, was sie sich hier aufbaut, irgendwie mit allen Mitteln zurechtkonstruiert? Das ist auch der Grund, warum ich zu solchen Shows niemals gehen würde. Die kommen ja dann mit irgendwelchen Stiftungen, Bertelsmann, hast sie nicht gesehen, mit irgendwelchen Zahlen und dann, das, was sie jetzt gerade gemacht hat, ist ja reinstes rumgeschwurbeln, aber es wäre weniger schlecht mit der, mit noch weniger EU. Ne, es wäre schlechter mit weniger EU. Ja, was willst du da drauf sagen? Das ist Phantasialand. Woher wollen sie das wissen? Oh, da gibt es Gegenstudien. Das sind so Sachen, die könnte man vielleicht dann dagegenstellen. Aber warum sich auf dieses, dieses, dieses Eisfeld begeben? In seiner Position, du musst es halt machen, weil du halt einfach noch mehr Leute erreichen musst. Er kann jetzt nicht einfach nur sagen, ich gehe jetzt zu den Medien, die uns wohlgesandt sind und geht dann, weiß ich nicht, irgendwie einmal im Jahr in die Honigwabe, um da Werbung zu machen. Ja, die Leute wählen ihn alle. Glaubst du das, glaubst du das wirklich? Ich weiß nicht, ich, ich bin, ich meine, er ist kein Kampfdiskutant. Ja, davon gibt es nicht, nicht sonderlich viele und da musst du dann 5000 Studien dann da haben und du musst wissen, wie du zu reagieren hast und dieses Eklige. Das ist wirklich schwierig, weil die bereiten sich ja wirklich wochenlang auf dieses Ding vor. Die suchen mit einem Team dahinter. Du glaubst gar nicht, wie viele Leute da beteiligt sind. Studien raus, konzipieren sich da irgendwie, dass, oh, wir brauchen jetzt irgendeinen Blödsinn, um das zu decken. Marcel, schreib mal irgendeinen tollen Tweet und Fratscher gerade kommt, ja, ich schreibe jetzt irgendeinen Bullshit aller Ausländer rein, dann geht es Wirtschaft super. Und dann berufen sie sich dann da drauf. das ist Zirkusshow. Die werden auch noch dieses Interview mit möglichen Antworten durchspielen. Wie könnte ein Chrupalla antworten, damit wir dann das und das darauf antworten können? Und so geht er in das Interview rein und dann kommt er hier an und ich bin mir sicher, er wird das auch üben. Er muss es üben. Also, ein Mann in seiner Position kann nicht unvorbereitet in so ein Interview gehen. Dann hast du sowas wie, ich habe vergessen, wie der gute AfD-Politiker heißt, ist auf, auf wirklich nur regionaler Ebene. Da saß er bei dem guten Marcel Weber, also man kennt ihn auch unter Leroy Matata. Ah, der heißt Marcel Weber? Mhm. Erdshaft? Ja, oder, oder so, oder Gerber oder so, Marcel Gerber. Aha. Ja, ja, also. Und warum nennt er sich Leroy Matata? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Tatsächlich, Marcel Gerber. Marcel Gerber, so, ja. Was ist das denn für ein Pseudo-Afrikaner? Mein Name ist Leroy Matata, I'm from Uganda. Ja, ich bin eigentlich der Marcel Gerber, ich bin gebrochen in Bonn. Ja, aber warte mal, dann saß da der Politiker und dann hat er auf der anderen Seite diesen Transgender, die Person, die sich wirklich mehreren OPs unterzogen hat, Stimmbändern, Gesichtslifting und all sowas, dass man halt wirklich denkt, im ersten Moment, da musst du schon wirklich genau hingucken und zu checken, da sitzt ein Mann, der sich zu einer Frau hat umoperieren lassen, ne, optisch. Mhm. Und der Typ saß da halt in diesem Gespräch, ohne sich vorzubereiten. So, und dann, ähm, sitzt er da halt einfach mit dieser Attitüde, ja, ich bin dagegen, weil ich dagegen bin. Ja, aber warum bist du dagegen? Ja, weil, äh, ja, die Kinder und so, und der wurde, der wurde zerpflückt. Das hat kein, das hat kein gutes Bild gemacht, ne, und deswegen, ein Kupala in dieser Situation, in dieser Position wird sich darauf vorbereiten und er macht dir ja jetzt auch keinen absolut schlechten Eindruck, im Gegenteil. Ähm, aber es ist natürlich da noch schwer und vielleicht ist es auch einfach gar nicht so sein Naturell dann zu sagen, ich gehe hier jetzt richtig offensiv dagegen oder sowas, ne. Aber er hat doch schon, er hat doch schon mal bewiesen, manchmal ist weniger sagen, einfach mehr, zumindest in solchen Interviews, der hat doch schon mal bewiesen, dass er es theoretisch kann, ne, wo es, wo es da ging, um nur zu, ja, Frau Weidel hat sich, äh, getroffen mit, äh, Theo Müller, was, worüber ging es da? So, ja, wahrscheinlich um Milch. Das ist, das ist, das war, ja, das waren bomben Antworten, ich hab, ich hab mich herrlich amüsiert vom Fernseher, als ich das gesehen hab, gedacht hat, so, ja, endlich, endlich räumt da jemand mit denen auf und hab gehofft, dass das so neue Linie werden würde bei dem, aber jetzt hier grad wieder dieses rumdiskutieren und ach, eigentlich sind wir alle Freunde, das, das ist komisch. Mhm, so, es müsste gleich vorbei sein, ne? Ja, vier Minuten haben wir noch. Eingangs gesagt, wir wollen die EU zurückdringen, nicht bloß ein bisschen, sondern sehr stark. Wir wollen wieder nationale Entscheidungen dahin verlagern, wo sie hingehören und das sind die nationalen Parlamente, das ist der Deutsche Bundestag. Es kann nicht sein, dass 70, 80 Prozent der Gesetzgebungen in Brüssel entschieden werden und wir im Prinzip in Berlin nur noch die Abnickkammer sind für diese unsäglichen Gesetze. Abgasnorm ist ein Beispiel zum Beispiel, aber auch das GEG, was ja dort ebenso auf europäischer Ebene verabschiedet werden soll, das wollen wir auf nationaler Ebene entscheiden. Das hat nicht Brüssel zu entscheiden. Was die Leute stört, das ist die eine Sache, die Frage ist ja jetzt, was ist das Verbener-Verbot, das kam doch auch durch die EU. Korrekt. Da kann man dann immer sagen, das ist nicht unsere Schuld, das hat die EU gemacht. Ja, aber das ist auch wirklich das Mieseste, was du Deutschland antun kannst. Du hast hier so viele dicke Automarken und sowas mit Motoren, die halt Qualitätsprodukte sind und auf die ganze Welt exportiert werden und dann sagst du so, für den ganzen EU-Raum werden hier jetzt ab 35 keine Verbrenner mehr hergestellt. Junge, da kannst du hier alles dicht machen. Da kannst du hier alles dicht machen. Ganz, ganz so, als ob es System hätte, dass diese, diese tolle Demokratie uns kaputt machen sollte, oder? Ganz so, als ob das so wäre. Junge, Wuppi, ich gehe gerade in meinem Kopf alles durch, was in so einen Motor einfließt, in so einen Verbrenner-Motor. Du hast ja nicht nur die Automobilhersteller, die sich diesen, diesen, diesen Motor entwickeln, ne? Sondern, das sind ja ganz viele Zukaufteile, wenn die Kolben, die, die Ventile und all sowas, ne? Also, die ganze Stahlindustrie, die da mit, mit dranhängt für die Automobilzulieferer und sowas, die werden ja komplett hochgenommen, wenn die sich auf, ja, Motorkomponenten und sowas spezialisiert haben und sowas. Also, es ist halt nicht nur diese Riesenunternehmen, sondern halt auch eben, diese Riesenunternehmen kaufen halt da auch beim Mittelstand ein. Und wenn der Mittelstand dann, der wird ja auch dann wieder hochgenommen, weil halt einfach die Aufträge dann ausbleiben, weil es werden keine Motoren mehr hergestellt. Junge, Junge, Junge. Ja, das ist ein Riesen-Rattenschwanz, den du, den du da hinterher ziehst. Wenn du den, wenn du die GEZ zerschlägst, dann wird das alternative Kaffeezentrum halt dann auch zu machen, Also, ganz traurige Sachen werden dann passieren. Ja. Damit muss man rechnen. Was Europa-Politik konkret für die Menschen hängen direkt oder indirekt vom Export ab, im Sport ab. Im verarbeitenden Gewerbe sind es sogar 57 Prozent, die exportabhängig sind. Und der größte Teil des Exports, nämlich zwei Drittel, der geht in die EU und in EU-Länder. Ein Austritt oder eine EU-Auflösung würde also Millionen von Arbeitsplätzen gefährden. Würden Sie das tatsächlich in Kauf nehmen für Ihren EU-Umbau? Ja. Also, wir haben nicht gesagt, dass wir zum Beispiel die Zollunion oder die Wirtschaftsbeziehung in irgendeiner Weise einschränken wollen oder zum Beispiel, also das sind alles Dinge, die wollen die EU auflösen, sagt der Leitung. das heißt ja nicht, dass wir alle Verträge deswegen kündigen wollen und daraus im Prinzip als alleiniger. Er sagt es genau richtig und das ist halt das, was ich gerade angesprochen habe. Nur weil du die EU auflöst, muss es keine Reduktion beim Handel oder sowas geben. Also, das eine hängt mit dem anderen nicht zwingend zusammen, aber sie versucht es zwangsmäßig irgendwie zusammenhängen zu lassen, dass es so aussieht, ja, wir können halt nur mit den anderen Ländern super gut handeln, wenn es die EU gibt. Das ist Blödsinn. Ja. Wir handeln auch mit der Schweiz. Also, das funktioniert ja auch ohne Probleme. Hass, wir handeln mit der Schweiz? Ich dachte, das ist so eine Insel, die komplett hermetisch abgerichtet. Außer für Albaner. Ach, ja. Ich meine, es ist so, guck dir mal die Schweizer Nationalmannschaft an. Das sind irgendwie alles Albaner. Wie kann man das eigentlich erklären, dass da so viele Albaner in der Schweiz rumhängen? Ich weiß nicht, warum? Die Regeln, dass ich in die Schweiz auswandern würde, sind unglaublich hoch und jetzt kann mir doch keiner sagen, dass die ganzen Albaner-G's da auf einmal, keine Ahnung, 100.000 Euro auf der hohen Kante haben und weißt ja, guck, guck da was, was für Auflagen decken können. Es ist ja nicht mal irgendwie die geografische Nähe. Zum Beispiel in Österreich hast du sehr viele Serben oder sowas noch mit rumlaufen, ne? Ja, Albanien und die Schweiz ist ja noch mal weiter weg voneinander. Also ich weiß gar nicht, warum da so viele Albaner rumlaufen. Ja. Vielleicht kann irgendein rechter, stabiler Albaner hier in den Kommentaren mal aufräumen und diese Bildungslücke bei mir mal schließen. Das würde mich echt mal interessieren. Was suchen die ganzen Albaner in der scheiß Schweiz? Ja, es ist wirklich so. Warum besteht die Schweizer Nationalmannschaft irgendwie zu 80 Prozent aus Albanern? Nein, wir wollen einen Neustaat in Europa. So ist es im Antrag mittlerweile formuliert worden. Wir wollen natürlich auch dort eine Neuausrichtung der Präferenzen in der Europäischen Union haben und wir wollen uns mit Nationalstaaten, mit starken Nationalstaaten in einer neuen europäischen Gemeinschaft verbünden und die Vorteile der EU in den Vordergrund stellen und nicht der Zahlmeister für ganz Europa sein, auch was die Währung angeht. Es setzt auch voraus, dass die anderen das wollen würden. Hat er gerade die Vorteile der EU gesagt? Hast du das gehört? Ich habe irgendwie nur mit einem Ohr zugehört. Okay, warte, ein paar Sekündchen zurück. ... mit starken Nationalstaaten in einer neuen europäischen Gemeinschaft verbünden und die Vorteile der EU in den Vordergrund stellen und nicht der Zahlmeister für ganz Europa. Oh, ich mach mal kurz das Mikrofon auf stumm und schreie in der Runde. Okay, in der Zeit übernehme ich ja einfach mal. Also, ja, okay, okay, jetzt beim zweifachen Hören weiß ich, was er meint. Die Vorteile der EU, die wirklichen Vorteile, die sollen weiter bestehen bleiben, auch ohne, dass die EU existiert. Das ist das, was er sagen will. Muppi, bist du wieder bei uns? Ich glaube, ich habe gerade eine außerkörperliche Erfahrung. Ohne Scheiß. Ich hasse meine eigene Partei manchmal. Das ist diesen Wischi-Waschi-Antworten zu jemandem, der dich einfach nur hasst und kaputt machen möchte. Mein Gott, ja, eure EU ist sch***er. Die wollen wir nicht mehr haben. Es gibt nichts Positives, was aus dem Laden gekommen ist. Welche Vorteile haben wir denn da? Nennen Sie mir doch ein paar Vorteile. Dann referenzieren Sie nicht auf Ratscha. Challenge accepted. Kommt natürlich da nichts. Ach komm, komm, das schaffen wir noch. Setzt auch voraus, dass die anderen das wollen. Europa ist die Sicherheit. Auch da würde ein Umbau mit Sicherheit große Folgen nach sich ziehen. Sie wollen da auch einiges ändern. Sie sagten in der vergangenen Woche in Ihrer Eröffnungsrede beim Europa-Parteitag, und da zitiere ich jetzt mal in einer Beschreibung, wie die Welt aussieht. Nicht mehr eine Macht beherrscht die Welt, sondern mehrere gleichberechtigte Mächte setzen in ihren Regionen ihre Vorstellung von Recht und Ordnung durch. Nur mal, um das zu verstehen. Das heißt doch, wenn eine Regionalmacht wie Russland nicht nur in der Ukraine, sondern auch anderswo für Ordnung nach Ihren Vorstellungen sorgen will, dann ist das in Ordnung? Das ist nicht meine Vorstellung. Ich habe gesagt, in dieser Form, dass sich gerade die Weltordnung verändert und das sehen wir ja überhaupt. Wir kommen von der unipolaren Weltordnung zu einer multipolaren Weltordnung mit mehreren Mächten. Das spielt übrigens nicht bloß Russland eine Rolle und nicht bloß Amerika, sondern auch China, Brasilien, was der Zusammenschluss zum Beispiel auch der BRIC-Staaten zeigt. Was hast du gesagt? Ich liebe die BRIC-Staaten. Wenigstens hast du mal Politiker, die das ansprechen. Ich meine, er hat ja vollkommen recht damit. Wenn du dir anguckst, Russland, China, Indien, Brasilien, Südafrika haben sich genau das gleiche gedacht, wie man sich mit der EU gedacht hat. Ein Zusammenschluss, um stärker auf dem Weltmarkt zu sein. So hat man es ja erst mal gedacht. Um Vorteile miteinander zu bekommen oder voneinander dann zu profitieren und einfach einen besseren Handel oder sowas zu betreiben und sich dann damit eine stärkere Position auf dem Weltmarkt zu erspielen. Jetzt ist nur das Problem, dass Europa nicht die große Anzahl an wichtigen Rohstoffen hat, wie Russland, China, Indien, Brasilien, Südafrika. Weil da hast du nämlich die entsprechenden Rohstoffe für Halbleiter, seltene Erden und sowas für Elektrokomponenten und so. Energiestoffe aus Russland. Und jetzt mittlerweile hast du halt, es ist halt nicht die Russen ein großes Ding. Vor 70 Jahren war China noch gar nichts. Und dann hattest du die Mächte Russland, Deutschland in der Mitte und Amerika. sondern, wie er sagte, Multipolar. Brasilien ist am Kommen. Brasilien hat viele Rohstoffe. Unter anderem Uran und sowas. Brasilien hat Uran? Ich meine, ja. Ach, interessant. Das wusste ich gar nicht. Dass das relativ viel in Südamerika abgebaut wird. Factcheck mich da gerne, während ich weiterrede. Dann hast du entsprechende Metalle in Südafrika. China, seltene Erden und generell auch viele Rohstoffe. Und dann halt die Energiestoffe aus Russland. Also diese, die BRIC-Staaten sind mit Abstand der dickste Player auf der Welt. Weil irgendwann werden die sagen, ja okay, wenn die EU, die Europastaaten und Amerika so komische Klimaregularien haben und sagen, ja okay, hier wird jede Tonne CO2 noch mal versteuert, was den Preis noch mal hoch treibt und sowas. Warum sollen wir Produkte aus diesem Bereich, die immer gut waren in Deutschland, die Ingenieursprodukte, aber warum sollen wir die kaufen für einen absurd hohen Preis, wo wir irgendwie dann 50 Prozent für irgendwelche Klimasachen ausgeben und damit diesen Blödsinn mitfinanzieren, wenn wir doch einfach selbst die Sachen produzieren können? Wir haben doch alle nötigen Rohstoffe. Wozu sollen wir denn da einkaufen? Im Prinzip kaufen die unsere Rohstoffe ein, fertigen das Produkt und geben uns das Produkt. Und dann kaufen wir das Produkt für viel zu teuer wieder ein, weil 50 Prozent einfach nur einem Klima-Boogieman, irgendeiner Wahnvorstellung oder sowas entsprechen. Da sagt jedes normale Land, jede normale Welt macht, Alter, lass die mal ihren Bums machen. Das ist uns zu teuer, das können wir auch selbst machen. Und wenn dann jetzt auch noch so Sachen ankommen wie Deutschland, Habeck sagt, ja, wir müssen mit sukzessive die Energiezufuhr oder die Zufuhr an Energiestoffen von Russland runterfahren und China wird dann auch noch sanktioniert, nehmen wir mal an, die Mädeln jetzt nach Taiwan rein oder sowas, ne? Und Russland in die Ukraine, dann wird China auch noch sanktioniert. Ja, Alter, wenn du China sanktionierst und sagst dir, okay, wir nehmen jetzt nichts mehr an, was aus China kommt, dann kannst du den Laden hier dicht machen. Also dafür bist du zu abhängig von China, an Produkten und sowas, als dass du dir das leisten kannst. Ist aber von Habeck gesagt worden, auf irgendeinem Treffen, auf irgendeinem Parteitag oder sowas, dass das halt auch Pläne sind, langfristig gesehen. Denn Handelsbeziehungen mit den Ländern, die uns moralisch nicht gleichgesinnt sind, sprich der arabische Raum für Energieressourcen oder sowas, ne? Russland, ich meine, du kannst ja überall, du kannst es ja komplett durchspielen und sagen, ja, pass auf, hier in Brasilien holst du den Regenwald ab, das geht gar nicht mit unseren Klimazielen, kongruent, ne, einher, wir betreiben keinen Handel mehr mit denen. Irgendwann dreht sich der Spieß aber um und dann sagen die, ja, pass mal auf, ihr habt uns kategorisch ausgeschlossen für irgendeinen Blödsinn und jetzt seid ihr damit richtig auf die Fresse gefallen, jetzt schließen wir euch kategorisch aus. Ich meine, die Begründung zu sagen, wir schließen Russland kategorisch aus, weil sie die Ukraine angreifen, Russland war über Jahre hinweg nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Kalten Krieg, ein zuverlässiger Partner, der durchaus den Schritt Richtung Deutschland, Richtung Amerika auf uns zugegangen ist. Und Deutschland stand immer am besten da mit der geografischen Nähe und der politischen Nähe zu Russland, aber auch zu Amerika. Sondern mittlerweile hast du dich halt nur noch zu Amerika hin orientiert und hast den bösen Russen kategorisch ausgeschlossen, ne. Und jetzt habe ich so viel gelabert, ich weiß gar nicht, was mein Punkt war. Tja, Rupi, hast du noch irgendwas zu ergänzen? Ähm, nö. Hast du nicht fake checken können? Kommt Uran aus Amerika, Südamerika? Brasilien hat reiche Vorkommen, so wie ich das gesehen habe, importiert aber allerdings selber, weil die Förderung bei denen äh, ja, nicht, äh, nicht ausgebaut gewesen ist, so wie ich das jetzt gesehen habe. Okay. Es war Uranabbau in Brasilien jetzt freigegeben. Das ist halt, jetzt seit 2022, ne. Bis dahin haben sie halt importiert. Keine Ahnung. Ich meine, seitdem kommen die BRIC-Staaten ja auch immer mehr, ne. Seit 2022 oder so in den Dreh. Ja, aber das wird interessant zu sehen. Ach genau, ich weiß wieder, was ich sagen wollte, weswegen ich das jetzt mit dem Kalten Krieg und gesagt habe, dass Russland immer ein zuverlässiger Partner war. Die hätten uns auch kategorisch ausschließen können, nachdem Deutschland den Zweiten Weltkrieg gestartet hatte. Die hätten genauso gut sagen können, pass mal auf, Alter. Wegen euch sind so viele Russen draufgegangen. Wir haben keinen Bock, mit euch Handel zu betreiben. Haben sie aber nicht gesagt. Ich glaube, wir werden, also, solange wir an die USA so hart zimten, wie wir es jetzt, äh, gerade tun, äh, wird es nicht gut für uns ausgehen. Ich denke nicht. Und, und das ist halt etwas, was, oh, was, Chrupalla? Ich glaube, es war Chrupalla in der einen Sendung, wo, wo die auch über die Müllermilch gesprochen haben. Dass die AfD dafür steht, rationalen Handel mit allen Ländern zu betreiben. Weil es geht um Handel. Und, und mehr nicht, du musst dich nicht mit denen verstehen, du musst nicht mit denen in eine Kiste gehen oder sowas. Du betreibst einfach nur Handel mit denen. Weil die haben etwas, was du willst, du hast etwas, was, was die wollen. So, mehr ist es doch nicht. Ja, es ist, aber es, guck mal, es ist halt einfach nur, äh, es ist Geopolitik im Mantel der Moral. Das ist das, was, äh, die ganze Zeit gemacht wird. Ja, man muss ja, man muss die ganze Welt kolonialisieren. Ja, richtig. Ne, um, um, wenn du überall deine, deine, deine Wertevorstellungen hinverbreiten möchtest. Was man ja versucht hatte mit der, mit der WM in Katar. Mhm. Du wurdest ausgelacht. Deutschland wurde weltweit ausgelacht. Dann haben sie auch noch ein grottenschlechtes Turnier gespielt, was dem Ganzen dann natürlich noch ein bisschen mehr Salz gegeben hat, ne, ein bisschen mehr Würze. Das war so witzig. Ja, natürlich. Alter, dann saßen die da in dieser, ähm, Talkshow, oder im, ich weiß nicht, ob es sowas gibt wie ein katharisches Äquivalent zum Frühstücksfernsehen. Auf jeden Fall saßen die da alle in so einer Runde auf ihren Sitzkissen, haben sich die Hand vom Mund gehalten und haben gewunken, als Deutschland rausgeflogen ist. Maximal verspottet. Maximal verspottet. Und weißt du auch, womit? Mit, mit der, mit der, ach so, ich dachte gerade, mit der Mund, äh, zu Geste oder sowas. Ja, genau, die haben Hand vom Mund gehalten, ne, wie, wie auf dem Foto und haben dann gewunken. Ja. Aber mit Recht. Ja, das ist die BRD, mein Freund. Ja, du hast dich, du hast dich einfach weltweit blamiert mit, mit, ja, wir möchten jetzt hier diese Regenbogenideologie, diese, diese, diese Weltoffenheit hier hinspratten und sowas. Alter. Keine Ahnung. Ich glaube, da geht es einfach nur darum, den Leuten auch noch den Fußball madig zu machen. Das will ja kein Mensch haben. Die merken ja auch, dass das, äh, kein Mensch, äh, Mensch haben, äh, möchte. Man soll es einfach nur langsam auf, äh, auf einen gewissen Zeitraum, soll man es den Leuten kaputt machen, damit sie noch nicht mal daran Freude haben. Oder ist es, oder ist es der, der bekannte Gesslerhut, ja, dass die Leute, ähm, ja, zur, 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 wie heißt das, dass sie gebrochen werden sollen und dem Staat bloß zuhören sollen die ganze Zeit und machen, was er sagt. Egal, egal wie dämlich ist es. Das ist eine Dauerbeschallung, ne. Du hast, du hast die Berichterstattung geguckt zur WM 2022 und es ging in einer Tour. Und man war ja wirklich froh, dass Deutschland nicht bis ins Finale gekommen ist oder sowas. Oh Gott, Junge, was, was, was. Du hättest nur noch einschalten können zu den Spielen und ich gucke eigentlich ganz gerne halt das komplette Programm. Die Berichterstattung, die Analysen dazu und sowas, das ist für mich halt dann, und die WM ist wirklich das größte Fußball-Event, was man sich reinziehen kann, ne. Also, da geht nichts drüber. Und dann genieße ich das halt eigentlich auch, wie die Jahre zuvor, 2014, 2018, auch wenn das auch eine fürchterliche WM war für Deutschland, 2010, 2006 oder sowas. Da trifft man sich mit Kollegen, setzt sich von Fernseher, zieht sich schon in die Berichterstattung rein, labert und sowas, ne. Und die Vorfreude steigt bis zum Spiel. Aber diese Berichterstattung war halt einfach nur noch, oh, hier gewesen, das können wir jetzt mit Regenbogen-Schnürsenkeln auflaufen, das ist von der FIFA nicht verboten. Alter, als ob die jetzt in dieser Sendung, in dieser Vorberichterstattung einmal das komplette Regelwerk der FIFA durchgehen, um zu gucken, wo man hier ein Schlupfloch finden kann. Ah, warte mal, guck mal, wir dürfen uns noch Henna-Tattoos auf den Unterarm kleben, da können wir uns dann eine Regenbogen-Flagge machen. Die hätten sich einfach zu jedem Torjubel, hätten sich dann gegenseitig auf dem Feld begatten sollen oder sowas. Das wurde ja auch vorgeschlagen. Das hätte ich mir wirklich angeguckt, dass er wirklich mal, dass genau die Repräsentation, die die BRD im Ausland verdient. Ja, aber das wurde ja unironisch vorgeschlagen von dem BILD-Vizesportredakteur. Ja, dass sie da rummachen sollen oder so. Ja, genau, bei jedem Tor dann einfach mal den Torschützen auf den Mund küssen. Ist nicht schlimm, mache ich mit meinem Sohn auch. Uff, Junge. Also, diesen Exkurs hatten wir jetzt gerade einfach nur, weil wie kommt man auf moralische Wertevorstellungen weltweit, dass die gleich sind? Durch Kolonialisierung. Können wir kategorisch ausschließen. Wir müssen damit leben, dass andere Völker, andere Kulturen auf der Welt existieren und nicht die gleichen Wertevorstellungen haben wie der moderne Westen. Ja. Weiter. Wenn sich das so verändert, wie Sie das sagen, wer definiert dann, wo die Grenzen einer solchen Region verlaufen, wo dann die Regionalmächte bestimmen, wie es aussieht? Nun, die Grenzen sind ja klar definiert, aber ich sage, wir sollen uns als Europa... Russland sieht das anders aus. Im Gegensatz für die deutsche Westen. Wir sollten uns als Europa klar definieren. Bitte was? Im Gegensatz zu den deutschen Grenzen. Richtig. Wir sollten vor allen Dingen unsere eigenen Interessen als Europa klar definieren. Die sind andere als Amerika und wir haben auch andere Interessen als Russland. Russland ist ein gutes Stichwort, denn da haben Sie kürzlich massiv Kritik bekommen nach einem Besuch in der russischen Botschaft. Ihr Stellvertreter Norbert Kleinwächter schrieb dazu in einer internen Chatgruppe, Freund und Feind würden Ihren Rücktritt begrüßen. Gehen Sie eigentlich davon aus, dass Björn Höcke demnächst die Nachfolger wird? Wissen Sie, das sind Personaldiskussionen, die ich jetzt nicht in der Öffentlichkeit führe. Ich kann sehr schnell gehen bei Ihnen in der Partei. Irgendwo wie Stopp. Was ist denn das für eine Snitch, Alter? Robert Kleinwächter? Ja. Es gibt Gerüchte. Er schreibt erstmal in die Gruppe, boah Alter, du warst in Russland in der russischen Botschaft. Ich würde sowas von deinen Rücktritt begrüßen. Und dann, nicht nur das, dann liegt es auch noch irgendeiner. Also das sind ja doppelte Snitches. Wenn nicht sogar, ist die Person eine doppelte Snitch, derjenige, der es war. Ach, das hat er selber weiter durchgestochen. Ja, dann haben wir eine doppelte Snitch. Safe. Safe hat er das selber durchgestochen, auf jeden Fall. Ja, aber dafür hat ja Herr Kleinwächter auch Probleme gekriegt auf dem letzten Parteitag. Der wurde durchgereicht wie ein Shisha-Schlauch. Also es war auch ganz nett mit anzunehmen. Du bist durchgereicht wie ein Shisha-Schlauch. Ja, ist so. Der kam spät bei mir an, aber der kam an. Ja, ich meine, es kann niemals, niemals schlecht sein, sich um Diplomatie zu bemühen. Einfach, ich lese oft hier, Boris Pistorius und sowas hat dann gesagt, ja, vielleicht haben wir noch acht Jahre, dann meddelt Russland auch bis nach Deutschland durch und sowas. Diese Horrorszenarien, die man sich da zurechtspinnt, dass Russland auch in den Krieg mit Deutschland gehen würde und sowas. Ja, wenn man sich weiter von Russland distanziert, die Ukraine mit, oder den, in Anführungszeichen, dann Feind von Russland, bis an die Zähne bewaffnet und sich komplett auf diese Seite stellt und sowas. Ja, dann macht man sich irgendwann zur Kriegspartei und ist dann auch, dann ist auch Russland einem feindlich gegenüber eingestellt. Und deswegen ist es eigentlich umso wichtiger zu bemühen, dass, dass man da weiter patriotisch bleibt, äh, sorry, diplomatisch bleibt und den Dialog sucht, es muss ja irgendwann enden. Also, keine Ahnung, entweder hat, existiert keine Person mehr in der Ukraine, die kämpfen kann oder auf der russischen Seite. Wie soll das denn enden, weißt du? Dann kommen die dummen Scheißkartoffeln, die werden dann halt auch dann zwangsrekrutiert. Ja, auf gar keinen Fall. Ne, und umso weniger Leute da noch weiter sterben, umso besser ist es. Und dann habe ich neulich gesehen, Putin hatte für die Olympischen Spiele eine Waffenruhe vorgeschlagen. Putin hat sogar vorgeschlagen zu, zu der, äh, orthodoxen Weihnachtszeit, dass dann halt einfach mal gar nicht mal geschossen, äh, werden sollte. Und das haben sie halt auch ausgeschlagen. Das wurde vom Westen abgelehnt. Ja. Und es ist unfassbar, dass hier im Westen darüber entschieden wird, wer in der Ukraine abgemetzelt wird oder nicht. Also, das geht gar nicht. Und deswegen plädiere ich dafür, dass man dann den Dialog sucht. Und ich will nicht hören, dass man sagt, ja, mit einem Kriegstreiber kann man nicht verhandeln. Ja, okay, was ist die Alternative? Ihr vollen Idioten, Alter. Ja. Kennst du dieses Meme, are we the baddies? Ne. Ja, das ist das, woran ich halt, äh, immer mal wieder, äh, immer mal wieder denken muss, ne. Äh, warte mal. Äh, hier von so einem, äh, von so einem Ex-Offizier, glaube ich, oder sowas. Äh, der, der ist so zum anderen dazu, äh, also die haben da irgendwelche Gräueltaten da begangen. Und dann meinte, da kommt der eine so im Zweifel, kann es sein, dass wir vielleicht die Bösen hier sind in dem Spiel? Ne. Ja, daran, daran denke ich, äh, richtig häufig, ne. So, der Westen ist, äh, so mega unfehlbar. Wir haben noch, wir machen moralisch alles. Also, was heißt, was heißt wir? Oh, Entschuldigung. Ne, die NATO macht alles geil. Das ist immer, hat alles Hand und Fuß. Wir sind so toll. Und da denke ich mir halt so, ja, ne. Man schlägt jemandem eine Waffenruhe aus. Sind die behindert? Ja, also, als wenn, als wenn die Leute da auf dem Schlachtfeld einfach nur irgendwelche, keine Ahnung, Playmobil-Männchen sind oder sowas, ne. Also, 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 man hat wirklich keinen Bezug dazu. Und weißt du auch, warum man dazu keinen Bezug hat? Weil es nicht dein Krieg ist. Du würdest ganz anders reden, wenn deine Leute da an der Front stehen. Für dich ist es so, ja, wir schicken das dahin, wir schicken ein bisschen Geld dahin, so, in der Ukraine werden unsere Werte verteidigt. Ich glaube nicht, dass die das glauben, was die selbst erzählen. Natürlich nicht. Dann würdest du keine Waffenruhe ausschlagen, weil das ist völliger Blödsinn. Also, so ein Blödsinn habe ich noch nie. Naja, komm. Da kommt doch so ein bisschen so der, 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 der Galken-Humor-Aktieller-Rationist in mir dazu vor. Ich, 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 ich würde vielleicht tatsächlich sagen, los, Abfahrt, dann sind wir wenigstens bald beim Endgame und wissen, was rauskommt, ne. Dieses, dieses so, oh ja, erstmal schicken wir Helme und dann zwei Panzer, das ist halt so verstohlen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was Österreich momentan noch alles da hinschickt, aber die sind angefangen und haben erstmal zwei LKW-Ladungen, FFP2-Masken in die Ukraine geschickt. Und ich glaube, also ich weiß nicht, was Österreich alles da hinschickt, aber ich glaube, die haben sich seitdem auch relativ zurückgehalten. Die haben nicht wirklich FFP2-Masken. Ja, zwei LKW-Ladungen haben die da hinschickt nach Kiew. Andi, freut mich, damit du dich wesentlich mit Corona ansteckst, ja. Oh Gott. Ich habe es ja schon eingangs gesagt, ich bin jetzt, wie gesagt, im vierten Jahr, ich komme ins fünfte Jahr als Parteivorsitzender, das muss man ja auch erstmal in der AfD schaffen. Also das ist auch erstmal etwas. Sie hat ihm jetzt gerade noch unterstellt, du musst aufpassen, nicht, dass der Höcke einen Platz einnimmt. Stimmt, ja, Höcke war auch schon. Ist mir wirklich nur so aufgefallen, dass der, er möchte halt weiter auf Landesebene bleiben. Also sonst wüsste ich nicht, warum einer, der ja doch durchaus diese Beliebtheit in der AfD genießt und auch bei den Wählern nicht im Bundestag sitzt. Also ich weiß nicht, ob es so schwer ist für ihn, in den Bundestag zu kommen oder sowas. Also dass du halt wirklich auf Bundesebene Politik machst, anstatt auf Landesebene. Aber der Typ möchte halt weiter auf Landesebene bleiben. Also sonst hätte er ja schon längst irgendwie diese Position angestrebt, die ein Chrupalla oder eine Weidel haben. Oder sehe ich das falsch? Oh. Ich glaube ein Björn Höcke ist nicht der Herr für die zweite Reihe. Das ist er nicht. Und wenn er ein Ministerpräsidentenamt haben sollte, dann kann er sich von dort aus, kann er sich überlegen, ob er nicht vielleicht einfach nur in den Bundestag geht, sondern vielleicht eines Tages mal die Bundesspitze oder sowas übernimmt. Solche, solche Sachen. Der Mann kann auch nicht in der zweiten Reihe irgendwo sitzen. Ich meine, der Mann hat Talent, er weiß, wie er mit den Medien zu reden hat, ohne aufs Glatteis sich führen zu lassen. Ich traue ihm mehr zu. Also mehr als einen Ministerpräsidenten. Und ein Ministerpräsidenten in Deutschland ist schon eine sehr, sehr verantwortungs-, also sehr hohe Position. Du hast die Kontrolle über die Polizei, über Abschiebungen und so ein Kram. Es wird dann halt schon sehr, sehr ernst an dieser Position. Ein Ministerpräsident ist wertvoller als irgendjemand in der zweiten Reihe, der im Bundestag sitzt. Tausendmal mehr. Ja, dann ist das wahrscheinlich der Grund, warum der halt weiter auf Landesebene bleibt. Ja, natürlich. Björn Höcke ist garantiert jemand, der für irgendwelche Videospiele dann gezockt hat. Das eine hat er bis zu auf 100 Prozent ausgespielt, hat gesuchtet wie sonst etwas. Und erst dann hat er sich das nächste Spiel rausgesucht, was er dann gezockt hat. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Das ist so der Typus Mensch, bin ich mir sicher. Und erst wenn der letzte 2015er Eindringling raus ist, wird er aus Thüringen. Dann sagt er, so, ab nach Berlin. Bring was zu Ende. Bring was zu Ende. Komm, Abfahrt. Tino, gib dein Bestes, Mann. Auf der Haben-Seite habe. Und ich denke, ich habe die Partei in turbulenten Zeiten, gerade nach dem Ausdruck von Jörg Neue, weitergeführt und habe sie zusammengeführt. Also das ist durchaus mein Verdienst. Also von daher gehe ich dem ganz gelassen entgegen. Und natürlich gibt es auch ein Leben nach dem Parteivorsitzenden. Der Besuch in der russischen Botschaft hat Ihnen trotzdem Ärger gemacht. Ganz kurz, würden Sie es nochmal machen? Es kommt immer darauf an, zu welchem Zeitpunkt man diese Besuche macht. Ich finde es aber trotzdem wichtig, dass diese Verständigung auch gerade an solchen Tagen notwendig ist. Und dass man diese trotzdem aufrechterhalten sollte. Für den Frieden sich einzusetzen, kann nie falsch sein. Ob der Zeitpunkt der Ressourcen, kann man die Realität durchzustreiten. Jetzt haben wir versucht, auf ein paar Punkte in Ihrem Programm zu gucken. Da ist noch eine Menge übrig. An dieser Stelle danke ich Ihnen erstmal für das Gespräch. Sehr gern. Okay, Wuppi, stopp. Das war unser Sommerinterview mit dem Co-Vorsitzenden. Er hätte am Ende nicht sagen dürfen. Aber über den Zeitpunkt darf man sich durchaus streiten. Weil, guck mal, wir gucken das Video jetzt, weiß ich nicht, acht Monate später. Keine Ahnung, was das für ein Zeitpunkt war. Das weiß keiner mehr, wenn man sich das nochmal anguckt. Und der Satz hätte er gar nicht sagen müssen. Ja, sich für den Frieden einzusetzen, ist doch immer eine gute Sache. Punkt. Richtig. Richtig, Punkt. Das wäre genau, es ist eine hinreichende, simple, kurze Antwort. Dieses Rumgesabbel, da noch um 15 Ecken herum, das braucht kein Mensch. Also, nee. Schakuntala. Ich habe es auch schon versucht. Also, das scheint noch nicht mal arabisch zu sein, sondern irgendwie was indisches. Tochter einer Deutschen und eines Inders in München-Gladbacher Stadtteil Reit ist sie aufgewachsen. Ach, warte mal, in Reit, da kam doch, ne, hier, Goebbels, ja, Goebbels kam von aus Reit. Ja, oder, warte, mal gucken. So, Goebbels. Ja, Reit. Das wäre witzig gewesen, wenn er sagen würde, ja, hier, sie kommen übrigens aus der gleichen Stadt wie Goebbels. Hat nichts mit dem Thema zu tun, aber egal. Wir sind durch. Ja. Das hat tatsächlich länger gedauert, als ich es gedacht hatte, weil das Video geht irgendwie nur 20 Minuten. Ja, war interessant. Ich hoffe, wir konnten dem Ganzen da so ein bisschen Würze noch ein bisschen verleihen, ne, auch ein bisschen Schmunzler mit reinbringen. Ja, ich weiß nicht. Von mir aus können wir das ganze Ding hier beenden. Mhm. Okay, dann, Wubi, ich bedanke mich, dass du dabei warst und du hast die Schlussworte. Es war mir eine Freude. Bis dahin.